Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Forum Verkehr zentral für soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Schön, dass ihr mit uns den Samstagvormittag verbringen wollt und mit uns gemeinsam diskutieren möchtet. Ich bin Manuela Kropp, ich bin aktiv in der Kampagnengruppe von Antarkt Deutschland bei der Kampagne Einfach umsteigen, klimagerechte Mobilität für alle und ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel. Wie gesagt, wir werden einen Vortrag auf Französisch hören, also wenn ihr kein Französisch sprecht, bitte nutzt noch die Zeit und holt euch die Kopfhörer am Eingang. Ja, wir haben ja im Eingangsvortrag von Birgit Mahnkopf und auch gestern in der Strategiedebatte ganz klar angerissen den Punkt, also wenn wir so mit der Wachstumsdynamik weitermachen mit unserem kapitalistischen Weltsystem, dann werden unsere Ökosysteme kollabieren und es bleibt nicht mehr viel Zeit umzusteuern und der Verkehrssektor ist natürlich einer der Sektoren, die für 25 Prozent der Treibhausgase verantwortlich ist, wenn man das beispielsweise auf EU-Ebene betrachtet. Der Verkehrssektor ist auch der Sektor, wo seit den 90er Jahren die Emissionen nicht sinken, sondern ungebremst steigen. Gestern in der Strategiedebatte ist ja auch der Punkt stark gemacht worden, dass wir wegkommen müssen von der Marktlogik, dass es nicht hilft, den Kapitalismus grün anzumalen, sondern dass wir über Alternativen sprechen müssen und wir müssen natürlich schauen, wer können da unsere Bündnispartner sein, wen können wir da ins Boot holen, wie können wir das eigentlich angehen. Die Forderungen der Klimabewegung liegen ja seit Jahren auf dem Tisch und es passiert nicht viel. Aber es passiert doch etwas. Positiv, das 9-Euro-Ticket in Deutschland ist ja ein Erfolg, das kann man sehen. Man hat gesehen, wie stark das Bedürfnis nach Mobilität ist bei den Menschen und wie wichtig es ist, das Recht auf Mobilität durchzusetzen, denn Mobilität bedeutet gesellschaftliche Teilhabe. Und andererseits hat das 9-Euro-Ticket gezeigt, wie schwach eigentlich die Infrastruktur aufgestellt ist im Schienenbereich. Ja, auch unter welchen Arbeitsbedingungen die Beschäftigten in diesem Bereich leiden. Und dann müssen wir darüber reden, was machen wir dann eigentlich mit der Autoindustrie? Das ist eine der wichtigsten Industrien in der Europäischen Union und in Deutschland. In Deutschland sind es 800.000 Jobs direkt. Wenn man die indirekten Jobs noch aus der Zulieferindustrie mit dazurechnet, sind das in Deutschland 2,3 Milliarden, nicht Milliarden, Millionen Arbeitsplätze. EU-weit sind das bis zu 11 Millionen Arbeitsplätze. Da können wir also jetzt nicht hingehen und sagen, naja, also jetzt bauen wir mal ein bisschen rück und das war's dann, sondern wir müssen Alternativen anbieten. Und darüber möchten wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir so ein hervorragend besetztes Panel haben. Es spricht als erstes zu uns Achim Heyer. Achim ist freundlicherweise ganz kurz eingesprungen für Stefan Kohl, der heute leider nicht kommen kann. Der wollte von Hamburg heute Morgen anreisen mit dem Zug und es gab einen Schaden an der Lok. Und ja, also er ist noch in Hamburg. Aber das macht überhaupt nichts, weil Achim ist eine sehr würdige Vertretung. Achim ist ganz, ganz, ganz lange schon aktiv in der Kampagnengruppe Klimagerechte Mobilität für alle, einfach umsteigen. Und genau wird sozusagen das Panel eröffnen mit seinem Vortrag. Dann begrüße ich als zweites Friederike Wettex. Friederike ist auch aktiv in der Kampagnengruppe von Attac einfach umsteigen und kommt aus Duisburg. Als drittes begrüße ich Emmanuelle Bigot. Emmanuelle kommt aus Frankreich und hat freundlicherweise die Anreise auf sich genommen. Sie ist in der internationalen Arbeit der Gewerkschaft Süd Rail tätig und auch zuständig für Gesundheit am Arbeitsplatz. Und Süd Rail ist auch Teil des Bündnisses Solidair. Und last but not least freuen wir uns sehr, dass Pierre Cocco bei uns ist von der IG Metall. Pierre arbeitet im Fachbereich Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik. Ja und in der Reihenfolge würden wir auch die Vorträge hören. Jeder der Referenten hat zehn Minuten und dann würde ich euch natürlich auch die Möglichkeit geben, euch mit Kommentaren und Fragen in die Diskussion einzubringen. Wir wollen das ein bisschen interaktiver gestalten und es ist ja auch oft so, dass sehr, sehr, sehr viel Expertise im Raum ist. Manchmal auch genauso viel Expertise wie auf dem Panel. Deshalb, ja, also seid ihr herzlich willkommen, euch einzubringen. Wir haben hier vorne ein Saalmikro, da könnt ihr euch dann, genau, wir haben da das Saalmikro, da könnt ihr euch dann anstellen, wenn ihr das möchtet. Eine Sache bin ich noch gebeten worden zu sagen. Die Kampagnengruppe hat die Kampagne 9-Euro-Ticket weiterfahren gestartet. Dazu liegen Unterschriften aus. Wie ihr wisst, soll ja das 9-Euro-Ticket jetzt Ende August leider auslaufen. Und Thomas hat die Unterschriftenlisten dabei und ihr seid natürlich herzlich aufgefordert, da zu unterschreiben und auch das rumzuerzählen und zu verbreiten und so weiter und so fort. Ja, ich gebe die Unterschriftenliste gleich durch. Es gibt auch nächsten Samstag einen Aktionstag zum 9-Euro-Ticket weiterfahren. Wäre schön, wenn in vielen Städten was passiert, zumindest mal eine Unterschriftensammlung ist. Wir haben hier auch noch Material. Es gibt diese Bahnanhänger, also alle, die nachher morgen mit der Bahn nach Hause fahren, können diese Anhänger mitnehmen und aufhängen. Da sind die Argumente nochmal drauf. Wir haben Sticker da und Flyer. Also nehmt das ruhig mit und schaut mal, ob bei euch im 27. noch nichts los ist und macht dann was da. Okay, danke. Okay, danke Thomas. Dann legen wir jetzt los und Achim, du hast das Wort. Ja, danke schön. Schön, dass ich hier sitzen kann. Es ist ein bisschen plötzlich. Hat mich heute morgen beim Frühstück erreicht, die Nachricht. Ich vertrete Stefan, Stefan Krull. Stefan ist Koordinator des Arbeitskreises Zaum, Zukunft Auto, Umwelt, Mobilität der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dieser Arbeitskreis hat das Projekt Spurwechsel gestartet, Spurwechsel in der Autoindustrie. Dazu gibt es einen längeren, dickeren Band beim Verlag VSA und es gibt auch ein kleines Filmchen dazu und es gibt auch einen kleinen Flyer. Der ist, glaube ich, der lag eigentlich noch aus die letzten Tage, aber Gott sei Dank scheint er irgendwie schon weggegangen zu sein. Da könnt ihr euch auf der Internetseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch schlau machen darüber. Stefan ist auch einer derjenigen, die eine intensive Befragung unter Beschäftigten der Autoindustrie durchgeführt haben. Ich selber bin auch IG Metaller und ich habe quasi, ich war lange Zeit Vertrauenskörperleiter in einem Autozulieferer, wie man so sagen kann, nämlich in einem Stahlwerk in Bremen, das hauptsächlich Blech für die Autoindustrie produziert und natürlich tendenziell von der Mobilitätswende auch betroffen ist. Die Diskussion geht dort auch jetzt um Produktion mit grünem Wasserstoff. Ja, und wir haben, Stefan und ich, wir haben in Bremen versucht, ein bisschen was aufzurollen und haben unter Beteiligung der Betriebsbetreuerin von Mercedes, die Metallbetriebsbetreuerin im Juni eine erste Diskussionsveranstaltung zum Thema Spurwechsel durchgeführt. Soweit der Hintergrund. Ja, als Attac haben wir das einfache Motto Öffis statt Autos. Bedeutet, dass sozusagen um die Klimawende, um den Klimakollaps zu verhindern, natürlich im Bereich Mobilität viel passieren muss. CO2-Emissionen müssen rückgefahren werden und als Faustformel kann man sagen, jetzt für die nächsten Jahre, irgendwie bis 2030 muss der öffentliche Verkehr verdoppelt werden und dass der Autoverkehr mindestens, individualisierte Autoverkehr mindestens halbiert werden und das über die Ausweitung des öffentlichen Verkehrs, wenn wir nachher noch was hören, auch von Friederike. Ich will mich mal auf die Autoindustrie konzentrieren. Da ist natürlich jetzt sozusagen immer die große Frage, was passiert denn mit denjenigen, die jetzt in der Autoindustrie arbeiten. Das sind ja sozusagen anderthalb Millionen, wenn man die Zulieferer noch dazu nimmt und wenn du durch die Stadt fährst und siehst die ganzen Autohäuser und Handwerksbetriebe, die auch davon leben, ist das natürlich eine dicke Nummer. Es gibt auch Berechnungen, in dem Buchspurwechsel ist das drinnen sozusagen. Eine Alternative, was Arbeitsplätze angeht, ist die Mobilitätsindustrie, die wir aufbauen wollen. Also wenn wir den Schienenverkehr, den öffentlichen Verkehr verdoppeln, müssen natürlich unendlich viele Bus und Bahnen neu gebaut werden, um die Takte zu verdichten. Es muss die Infrastruktur gelegt werden und es braucht vor allen Dingen auch Beschäftigte für den Betrieb dieses gestärkten öffentlichen Verkehrs. Und nach Berechnungen in diesem Projekt Spurwechsel kommt das dann auch eins zu eins hin, dass diejenigen, die abgebaut oder umgebaut werden in der Autoindustrie, auch eine Beschäftigung finden würden in der neu aufzubauenden Mobilitätsindustrie. Das sind natürlich alles nur Prognosen, die von unterschiedlichen Parametern noch abhängen, aber das ist mir sehr wichtig zu betonen, weil sozusagen natürlich diese Angst, was passiert denn mit meinem Job, ist eine große Angst. Und in der Befragung, die Stefan Krull da durchgeführt hat, unter Beschäftigten der Autoindustrie, ist es nicht so, dass Beschäftigte jetzt unbedingt nur am Auto hängen, an ihrem Produkt. Natürlich gibt es so etwas wie einen Produzentenstolz, aber die Einsicht, dass man woanders arbeiten kann, dass man seine technischen und überhaupt Fähigkeiten für andere sinnvolle Produkte einsetzen kann, die ist durchaus da. Also diese Diskussion muss geführt werden und da bin ich auch gespannt darauf, was Pierre dazu zu sagen hat, aus dem Innenleben sozusagen der Organisation der IG Metall. Diese Auseinandersetzung müssen wir führen. In der IG Metall herrscht im Moment so ein bisschen der Glaube vor, dass wir mit der E-Mobilität die Probleme alle lösen, bis hin dazu, dass einige glauben, naja, dadurch kommen wir durch die Krise. Aber unsere Position ist, dass das E-Auto natürlich die Probleme nicht löst, aus allen möglichen Gründen. Unter anderem dadurch, dass es natürlich, wenn wir auf erneuerbare Energien gehen, vollständig, gesamtgesellschaftlich eine große Nutzungskonkurrenz gibt für diesen E-Strom und den dann dafür zu benutzen, dass weiterhin irgendwie zwei Tonnen mit einer Person durch die Gegend fahren und viel Strom verbrauchen, ist gesellschaftlich sicherlich unnütz und macht keinen Sinn. Von daher, E-Auto ist natürlich für den Übergang und für das, was dann noch übrig bleibt, eine Alternative. Aber die 1 zu 1 Überführung von 50 Millionen Autos, fossil betriebenen Autos auf E-Strom, das ist sicherlich keine Alternative. Ja, wie kann es weitergehen? Der Arbeitskreis Zaum führt schon in Betrieben, Debatten mit verschiedensten Betriebsräten, Vertrauensleuten, Kolleginnen und Kollegen. Das ist erst am Anfang, muss man sagen. Da ist auch noch viel zu tun. Aber es gibt auch Ideen schon dafür, in die Richtung zu gehen, das auch ein Stück weit zu institutionalisieren. Es gibt die Idee der Transformationsräte. Also wir reden ja, wenn wir über Rückbau der Autoindustrie reden, auch von Konversion der Autoindustrie und von einer Transformation sozusagen in eine andere, nachhaltigere Technik. Es gibt die Idee von Transformationsräten, weil das Problem ist ja nicht nur das Problem der Autobeschäftigten. Wenn wir eine Gesellschaft aufbauen wollen, die demokratisch organisiert ist, wo Menschen mitentscheiden, was eigentlich produziert wird, wie es produziert wird und wo es produziert wird, dann braucht man natürlich eine große demokratische zivilgesellschaftliche Beteiligung. Und auch in den Regionen, da sind die Bedingungen ja alle sehr, sehr unterschiedlich, muss man gucken, wie kriegt man sozusagen die gesellschaftlichen Akteure, die was mit der Region und dann eben auch sozusagen in den Regionen, wo es viel Autoindustrie gibt, mit der Autoindustrie zu tun haben, wie kriegt man die an einen Tisch und wie kann man gemeinsam überlegen, wie man diese Transformation hinkriegt. Dafür gibt es die Idee von Transformationsräten, an denen unterschiedliche gesellschaftliche Akteure beteiligt sind und die Vorschläge erarbeiten für sozusagen den Fortgang dieser Transformation. Ich will es dabei eigentlich erstmal belassen, weil den Rest kriegen wir in der Diskussion auch noch, glaube ich, an Fragen und an Problemen hier zusammen. Ja, Dankeschön erstmal. Ja, vielen Dank, Achim. Vielen Dank, dass du auch dargelegt hast, bis zu welchem Grad sozusagen Jobs in der alternativen Mobilitätsindustrie geschaffen werden könnten. Und ja, und danke, dass du auch die Frage der Demokratie angesprochen hast, denn ohne demokratische Beteiligung der Menschen vor Ort wird das natürlich nicht durchzusetzen sein. So, jetzt gebe ich das Wort an Friederike Bettex von der Kampagnengruppe Einfach umsteigen von Attac. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Es wurde schon gesagt, ich bin Aktivistin aus Duisburg. Mich interessiert besonders das Thema Bewegung, wie kriegen wir die Verkehrswende in die breite Bevölkerung rein. Eben ist schon das Stichwort Demokratie genannt worden. Attac hat sich seit seiner Gründung 98 im Zusammenhang mit der Initiative für eine Finanztransaktionssteuer einen Bildungsauftrag gegeben, der breit in die Bevölkerung und in die Medien hineinwirken soll. Der Name Attac resultiert ja ursprünglich aus der Abkürzung Vereinigung für eine Turbinsteuer, also eine Finanztransaktionssteuer im Interesse der Bürger, sollte aber durchaus auch hinweisen auf die Gegenattacke gegen immer noch wirkmächtige Narrative. Diese Narrative sind zum Beispiel, wir brauchen Wirtschaftswachstum, um Wohlstand zu schaffen. Wir brauchen einen großen spekulativen Finanzmarkt, um Geldmittel zu schöpfen. Wir brauchen einen intensiven Wettbewerb zwischen Ländern und Regionen, um gute Unternehmen und Arbeitsplätze zu erhalten. Für Attac ist es besonders wichtig, durch konkrete öffentlichkeitswirksame Aktionen und fundierte Informationsveranstaltungen, die Zusammenhänge zwischen den Themen Klimawandel, internationaler Handel, Organisation des Finanzmarkts, aber auch Flucht und Krieg und den Zusammenhang zu internationalem Handel und Klimawandel aufzuzeigen und hier durch die Kompetenz der vielen in dem Sinne aufzubauen, eine andere Welt ist möglich. Mit diesem Motto geht es nicht um eine naive Utopie. Vielmehr ist mit dem zentralen Satz, eine andere Welt ist möglich, ein höchst kompetenter Wirtschaftsansatz gemeint, der den Blick auf Regulierungen lenkt, die sich die Allgemeinheit geben kann, um die Ressourcen dieses Planeten zum Wohle aller zu schützen. Es geht zudem um die Aufklärung über die Macht der vielen, die sich über Massenbewegungen entfalten kann. Massenbewegungen, die rollen sie erstmal an, das Potenzial einer exponentiellen Entwicklung haben. Viele Menschen wissen inzwischen, wie absurd und krank unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem ist. Ihnen fehlt aber noch das Wissen darüber, wie zum Greifen nahe die Änderungsmöglichkeit liegt. Wir sehen gerade an dem Thema Mobilität, wie eng die Themen soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz zusammenhängen. Eine gelingende Verkehrswende bedeutet neben der klimaschützenden Wirkung eine riesige Umverteilung, denn den vielen wird Wohlstand zurückgegeben, während eine kleine Elite finanziell und damit an Macht verliert, Macht und Einfluss verliert. Mit Wohlstand meine ich dabei Gesundheit, gutes Wohnen und Teilhabe an der Gesellschaft. Aus dieser Umverteilung folgt dann neben dem Wohlstandsgewinn auch weiteres Empowerment der vielen, denn Menschen, die gemeinsam über diesen Wohlstand verfügen, werden sich auch für eine demokratische Gesellschaft engagieren. Es geht also so gar nicht um eine Verzichtsdebatte. Anhand des politischen Kampfes um eine Verkehrswende, in dem sich ATTAC mit der Kampagne Einfach umsteigen intensiv engagiert, möchte ich diese Gedanken näher ausführen. Wie sieht es konkret aus? Was können wir mit einer Verkehrswende gewinnen? Das Umsteigen von dem Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr und vor allem auf die Schiene bedeutet Erhalt von Grünflächen, Gewinn von Fläche für Fahrrad- und Fußgängerverkehr, für ein interaktives, gleichberechtigtes öffentliches Leben, weniger Lärm, bessere Luft, Entschleunigung, Stressreduzierung und mehr Sicherheit. Es bedeutet auch Zugang aller zu kostengünstiger Mobilität. Ländliche Räume würden wie städtische Räume an Lebensqualität gewinnen. Regionales Wirtschaften würde gefördert durch den Zugewinn an attraktiven Lebensräumen. Wie kommen wir von den autozentrierten Gesellschafts- und Machtstrukturen dorthin? Es geht darum, in die komplexen Wechselwirkungen der nationalen und internationalen wirtschaftlichen Beziehungen hinein entschlossene Schritte des Strukturwandels zu wagen. Solche Schritte sind zum Beispiel der Stopp jeglichen Baus weiterer Kraftstraßen und der Ausbau der gesamten Infrastruktur eines guten ÖPNV sowie die Einstellung und massive Ausbildung von Fachkräften im Schienenverkehr zu fairen Arbeitsbedingungen ohne Beschränkung der hierfür erforderlichen finanziellen Mittel. Natürlich entstehen hierdurch auch soziale Verwerfungen, da viele Wirtschaftszweige an die Autoindustrie und den Straßenverkehr und auch die Flugindustrie angeschlossen sind. Wir sind allerdings in der Zeit angekommen, wo wir auch in unserer Gesellschaft zwischen unkontrollierten, immer größer werdenden Verlusten durch Krisen oder den bewusst durch Gestaltung angestoßenen sozialen Verwerfungen, die wir ebenfalls mit unseren politischen Möglichkeiten auffangen können, zu entscheiden. Der letztere Weg ist der absolut bessere. Arbeitsplatzverluste, sind zunächst dadurch zu vermeiden, dass anders als bisher Konzerngewinne aus fossiler Energie und der gesamten Autoindustrie stärker abgeschöpft werden und Arbeitnehmerrechte gestärkt werden. Es ist schon innerhalb der alten Industrie, die letztlich abzuwickeln ist, um zu verteilen, weg vom Manager und vom Aktionär hin zu den Arbeitnehmerinnen. Die weitere Möglichkeit, Arbeitnehmerinnen aufzufangen, besteht durch das neu entstehende riesige Arbeitsplatzangebot, das der Aufbau und die Unterhaltung einer klimafreundlichen Verkehrsinfrastruktur bietet. Hier gilt es, durch große Aufwendungen, Umschulungen und Ausbildungen für Arbeitnehmerinnen aller Altersstufen und aller Qualifizierungsgrade zu ermöglichen. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zur Finanzierbarkeit. Durch die Abkehr von den Zuwendungen an die Autoindustrie und den Flugverkehr und von klimaschädlichen Subventionen und Straßenbauprojekten werden Finanzmittel frei. Zudem können wir als Gemeinwesen die Finanz- und Schuldenlage regulieren. Wir sehen das in negativer Hinsicht, wenn zum Beispiel Budgets bereitgestellt werden für Rüstung. Wir können also selbstverständlich in voller demokratischer Freiheit mit Regulierungen des Schulden- und Finanzwesens dafür sorgen, dass unsere Ressourcen sozial-ökologisch sinnvoll eingesetzt werden. Ich habe skizziert, was wir mit einer Verkehrswende erreichen und wie sie umzusetzen ist. Eine ganz wichtige Frage ist hier, wie können wir die Bevölkerung in der Breite mobilisieren. Menschen sind als soziale Wesen sehr nachahmungsbereit und sind sogar sehr Opfer- und risikobereit, wenn eine Veränderungsrichtung erkennbar ist und das Ziel der Veränderung auch für gut befunden wird. Diese Fähigkeit kann für einen positiven Strukturwandel genutzt werden. Hierzu muss aber auch verstanden werden, wann sich Menschen einer gewollten Veränderung nicht anschließen. Das ist nämlich dann der Fall, wenn einerseits Veränderung fortlaufend gepredigt, aber kein Schritt dieser Veränderung getan und andererseits die legitimen Interessen der vielen, das sind gesicherte Teilhabe, gesicherte Existenzgrundlage, nicht glaubwürdig und konkret in die Veränderungsstrategie einbezogen werden. Verständlicherweise mag niemand seine Existenz aufs Spiel setzen, wenn nicht erkennbar ist, dass die Gesellschaft überhaupt auf einem guten Weg zum Wohle aller ist. Verständlicherweise ist die Sorge in einer komplexen Massengesellschaft als Individuum unter die Räder zu kommen und Opfer einer Veränderung zu werden, groß. Die Klimabewegung, zu der sich Attac auch zählt, ist immer noch eine Vorhut, die konkrete Schritte erkämpft, um mit diesen Erfolgen eine Massenbewegung ins Rollen zu bringen. Wird ein konkreter Schritt in Richtung Klimaschutz für möglichst viele sichtbar und fühlt sich für viele gut an und zeigt für viele hautnah zumindest die Möglichkeit an, sie könnten Gewinner dieser Veränderung sein? So kann die Unterstützung für die nächsten Schritte enorm sein und die Risikobereitschaft für positive Veränderungen stark ansteigen. Die Klimabewegung sollte also weniger auf tiefgreifende theoretische Begründungen setzen, warum Strukturwandel erforderlich und wie er zu bewirken ist, sondern immer noch viel mehr auf Anschaulichkeit und super konkrete Ziele. Hierfür eignet sich die von uns angestrebte Verkehrswende hervorragend. Wir wollen die Flächen und Ressourcen, die uns der Individualverkehr und die übersteigerte und dazu ungerecht verteilte Mobilität tagtäglich raubt, zurückgewinnen für ein gutes Leben für alle. Jeder geschützte Wald, jedes eingestampfte Kraftstraßenprojekt, jede wiedereröffnete oder neu gebaute Bahnstrecke, jedes autofreie Stadtquartier, jede Fahrradstraße, jede neue Geschwindigkeitsbeschränkung etc. etc. führt Menschen ganz konkret vor Augen, dass dieser Raub rückgängig gemacht werden kann, wenn die Beraubten, nämlich wir vielen, öffentlich dafür eintreten. Die Kampagnengruppe Einfach umsteigen hat zusammen mit dem Institut Solidarische Moderne, Changing Cities und dem Konzeptwerk Neue Ökonomie und anderen Akteuren die Initiative 9-Euro-Ticket weiterfahren gestartet. Es wird gefordert, dass im Juni für drei Monate bundesweit eingeführte 9-Euro-Ticket fortzuführen, gleichzeitig den ÖPNV barrierefrei auszubauen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im ÖPNV zu schaffen. Ja, nach meinen Informationen sind bereits 14.000 Unterschriften mindestens, wahrscheinlich ist es noch weiter gestiegen, gesammelt worden. Es soll die bereits vorhandene große Unterstützung in der Bevölkerung, die unter anderem durch den Kauf eines 9-Euro-Tickets gezeigt wurde, als Möglichkeitsfenster genutzt werden, um einen guten ÖPNV für alle politisch durchzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Friederike. Und danke auch, dass du so konkret jetzt nochmal auf das 9-Euro-Ticket eingegangen bist als Möglichkeitsfenster und auch klar gemacht hast, wie wichtig Glaubwürdigkeit ist bei unseren Forderungen und den Strategien, die wir anwenden wollen. So, jetzt freue ich mich, das Wort geben zu können an Emmanuel aus Frankreich von der Gewerkschaft Süd-Rail, denn wir müssen ja auch über einen grenzüberschreitenden Ausbau des Schienenverkehrs sprechen und Frankreich und Deutschland sind ja Nachbarländer. Insofern macht das alles total Sinn und es ist toll, dass du hier bist, Emmanuel. Du hast das Wort. So, so werde ich ein bisschen Deutsch sprechen und dann in Französisch. Mein Name ist Emmanuel Bigot, ich komme aus Paris, ich bin Eisenbahnerin und arbeite in Paris-Ostbahnhof für Nahverkehrsdienst. Außerdem bin ich Personalvertreterin im Sozialwirtschaftsrat und mein Gewerkschaft ist Süd-Rail. Dann werde ich Französisch sprechen. Die liberalen Politiken richten großen Schaden an, menschlich, umwelttechnisch und sozial. In Frankreich organisiert der Verband S.U.D. Rail, der Mitglied der Union der Solidarischen Gewerkschaftsunion ist, die Bahnbeschäftigten gewerkschaftlich, um Herausforderungen der sozialen Transformation, so wie wir sie fordern, hervorzuheben. Auch zu erklären, zu teilen und unsere Lösungen im Rahmen des Klassen- und Massengewerkschaftskampfes anzubieten. Während der Verband S.U.D. Rail eine Gewerkschaft für die Beschäftigten im Eisenbahnsektor ist, kämpfen wir innerhalb der Solidarischen Gewerkschaftsunion, unter anderem mit anderen Organisationen und Gewerkschaften, so wie der S.U.D. für den Luftverkehr. Unser Ziel ist es, die Kämpfe, die es in verschiedenen Bereichen gibt, zu koordinieren. Und wir lehnen den Wettbewerb zwischen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Transportsektor ab. Der Verkehr ist eine zentrale Herausforderung für unser Gesellschaftsprojekt. Die öffentlichen Behörden haben über viele Jahrzehnte hinweg die Straße begünstigt, obwohl eine tiefgreifende Reform des gesamten Land-, Fluss-, Straßen- und Lufttransports notwendig gewesen wäre. In den 70er Jahren gab es in Frankreich weniger als 1.000 Kilometer Autobahnen, heute sind es mehr als 11.000. Entscheidungen gegen die Umwelt wurden erleichtert durch EU-Richtlinien und Eisenbahnpakete. Die Mitgliedsländer der EU haben diese Richtlinien mit mehr oder weniger Sorgfalt umgesetzt. Dabei wurde das Interesse an Gemeingütern vergessen. Durch die Einführung des Wettbewerbs wurden Gewinne für den Markt gesteigert, während die Verluste sozialisiert wurden. In den letzten 30 Jahren hat die Straße in Frankreich von 351 Milliarden Euro an Infrastrukturinvestitionen profitiert. Das sind zwei Drittel der Ausgaben für den Verkehr. Die Bahn musste sich mit 18 Prozent begnügen. In Europa gibt es 80.000 Kilometer Autobahn. Zwischen den Jahren 1995 und 2005 ist die Länge des Autobahnnetzes in der EU um 20 Prozent gestiegen. Der globale Kapitalismus lässt die Allgemeinheit für seine Entscheidungen zahlen, indem er im Übrigen eine Zunahme des Personen- und Güterverkehrs schafft, mit vielen Folgen, zum Beispiel Lärm, Luftverschmutzung in den Regionen. Dadurch wird das Autobahnnetz fragmentiert. Was die verkehrsbedingte Luftverschmutzung aufgrund der fossilen Energieträger betrifft, so sind die Zahlen wie folgt. Der Anteil des Verkehrs am Erdölverbrauch 1973 lag bei 30 Prozent, 2012 bei 70 Prozent, weit vor der Industrie 8 Prozent und den Wohngebäuden mit 10,6 Prozent. Der Anteil der Bahn am Gesamtverkehr ist also sehr gering, obwohl ihre ökologischen Kosten, die nicht null sind, erheblich niedriger sind. Die Bahn verbraucht nämlich nur 1,7 Prozent der Gesamtenergie für den Verkehr und macht damit nur 10 Prozent des Verkehrsaufkommens aus. In Frankreich ist das Auto allerdings für 82 Prozent der Personenfahrten verantwortlich, die Bahn für 8,9 Prozent. LKWs transportieren 84 Prozent der Güter, die Bahn 9,5. Der Straßentransport summierte 2012 91,7 Prozent der Treibhausgasemissionen, der Zug nur 0,4. Es geht darum, die Leute fair zu bezahlen im Transportsektor und dafür brauchen wir eine staatliche Förderung, auch in europäischem Rahmen. Wir befürworten einen Rahmen der Selbstverantwortung, der mit den sozialen Bewegungen und Kollektiven konvergiert. Und der diese Notwendigkeit einer anderen Verwaltung von Energie vorantreibt. Die Verwaltung der Eisenbahnen durch Arbeiter kann in der Forderung nach kostenlosen öffentlichen Dienstleistungen, Entschuldigung, öffentlichen Transporten für die Nutzer zusammenlaufen. Für eine Selbstverwaltung der Eisenbahnen fordert der Verband SUD Rail eine gleichberechtigte Vertretung von Nutzern und ArbeitnehmerInnen in den Verwaltungs- und Aufsichtsräten. Für unseren Verband ist die Durchführung von Wahlgängen zur Wahl der NutzervertreterInnen notwendig, genauso wie auch die Bereitstellung von Mitteln, die es den BürgerInnen ermöglicht, ihr Mandat auszuüben. Die Organisation als integriertes Unternehmen ist für die Eisenbahn von entscheidender Bedeutung, auch im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und auf kurz- und langfristige Investitionen. Wenn sich mehr Unternehmen an Ausschreibungen beteiligen, ist Sozialdumping üblich. Ein einziges Unternehmen hingegen schränkt den Wettbewerb zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmern ein und muss angemessene Löhne, Arbeitsbedingungen und eine Berufsausbildung ermöglichen, die der Eisenbahn gerecht wird. In Italien gibt der Nationale Eisenbahntarifvertrag, obwohl die Liberalisierung zu einer Vervielfachung der Eisenbahnunternehmen geführt hat, nur für das nationale Staatsunternehmen. In Deutschland will die Regierung im Rahmen des Koalitionsvertrags eine Trennung zwischen der Infrastruktur Deutsche Bahn, Netz AG und der Deutsche Bahn Station und Service AG. Das Netzwerk Bahn für Alle analysiert diese Organisationsentwicklung der Deutschen Bahn im Rahmen der Liberalisierung und eine Trennung würde spätere Verkäufe von Deutsche Bahn-Tochtergesellschaften im Nah- und Fernverkehr wahrscheinlicher machen. Der Autor der Studie, Karl Wassmuth, schreibt, Trennung und Liberalisierung sind die Triebfedern der Privatisierung, wie die Beispiele der Eisenbahnen in anderen Ländern sowie in anderen Sektoren zeigen. Wenn die Bundesregierung nun die Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn weitgehend ausgliedert, werden alle glücklich sein, die Geld in Bahnbetreiber investieren wollen. Ohne Schulden und die Verpflichtung, das Schienennetz instand zu halten, können auf stark befahrenen Strecken hohe Gewinne erzielt werden. Allerdings würde der Schienenverkehr insgesamt darunter laden. Der Verband S2D Rail teilt diese Analyse. Die Eisenbahnen in Frankreich sind nicht ausreichend. Es gibt Schulden, die 2018 vom Staat aufgenommen wurden. Die SNCF hat dieses Jahr 100 Milliarden Euro gefordert, um die Eisenbahnen an die Klimakatastrophe anzupassen und auf sie zu reagieren. Um seine Forderung zu untermauern, verwies der Vorstandsvorsitzende Farandou auf die 86 Milliarden Euro, die in Deutschland in die Eisenbahn investiert werden. Die Regierung hat diesen Vorschlag abgelehnt. In Europa haben seit 1991 die EU-Eisenbahnrichtlinien und später die sogenannten Eisenbahnpakete, die öffentlichen Eisenbahnunternehmen und den Modus Vivendi miteinander zu kooperieren begonnen. Die Eisenbahn ist mehr als jede andere Industrie der Geografie unterworfen. Die Kosten für die Eisenbahn werden in den Bergen nicht die gleichen sein wie in der Ebene. Nur die Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den Gesellschaften kann diese Unterschiede auffangen. Seit 1991 hat die gesamte Regierungspolitik in Frankreich unter dem Deckmantel der Entwicklung der Eisenbahn diesen Liberalismus gefördert. Diese politischen Entscheidungen haben zu einem Rückgang der Zahl der Beschäftigten bei den Eisenbahnunternehmen geführt, auch zu einem sozialen Rückschritt für die Beschäftigten im Sektor und zu einem Anstieg der Zahl der Beschäftigten bei Subunternehmen. In Frankreich, aber auch in Spanien hat diese Politik zu einem Rückgang der Zugverbindungen und des Zugverkehrs geführt. In Frankreich wurde der Schienengüterverkehr von den Kapitalisten buchstäblich zerstört. Fahrzeuge, Personal, Rangieranlagen und Gleisanschlüsse wurden aufgegeben. Was zur Folge hatte, oder auch immer noch hat, dass Frankreich deindustrialisiert wird. Zwar haben die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in Frankreich Kämpfe in einem eisenbahnspezifischen oder branchenübergreifenden Rahmen und in Einheit mit anderen Gewerkschaftsorganisationen geführt, die den Liberalismus gebremst haben. Doch das war noch nicht ausreichend. Trotz der Aufmerksamkeit, die wir darauf verwendet haben, unsere Analysen zur Frage des Transports in all seinen Komponenten zu teilen, um einen Logikwechsel und Sofortmaßnahmen in Bezug auf Reinvestitionen und Neueinstellungen zu fordern, bleibt die Erfassung der Belastung durch den Transport immer noch zu klein und ungenügend. Bisher ist es uns nicht gelungen, das Bewusstsein wirklich zu schärfen über den Kreis der sozialen Bewegungen hinaus, die sich für den Verkehr interessieren. Und das ist, was wir heute machen wollen. Vielen Dank, Emanuel. Vielen Dank, dass du auch die drastischen Auswirkungen der Privatisierung und Liberalisierung des Eisenbahnsystems in Frankreich, aber auch in anderen Ländern dargestellt hast. Spanien hast du erwähnt, Italien hast du erwähnt, Deutschland, da kennen wir das ja auch. Also, Dankeschön für diesen Einblick. Und ja, jetzt freue ich mich, das Wort geben zu können an Pierre Cocco von der IG Metall. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Hallo. Es gab jetzt einige Punkte, auf die würde ich gerne eingehen, aber ich glaube, es hat Sinn, wenn ich erstmal meinen Vortrag mache, damit so eine Fairness auch gegenüber den Vorrednern da ist. Vielleicht nochmal zur IG Metall als solche, dass es die IG Metall gibt, das ist, glaube ich, vielen Leuten klar, das kriegt man auch mit, aber wofür stehen wir, beziehungsweise wie viele Mitglieder haben wir da, da will ich ein paar Zahlen dazu nennen und wen vertreten wir. Wir haben, Stand 2022, 2,17 Millionen Mitglieder bei uns, ein Großteil davon ist auf circa 18.000 Betriebe in diesem Land verteilt und unter anderem haben wir ganz viele Betriebe, die in den Mobilitätsbranchen tätig sind. Also, wir vertreten Beschäftigte in der Automobilindustrie, es wurde, die Zahlen wurden vorhin genannt, vielleicht auch da nochmal eine Konkretisierung bezüglich der Beschäftigtenzahlen, also direkt jetzt Automobil- oder Fahrzeugbau- und Zulieferer, hatten wir 2019 noch 832.000 Beschäftigte und haben jetzt 786.000 Beschäftigte. Also man merkt schon, diese Transformation findet statt und Personalabbau findet an der Stelle auch statt. Von den Fahrzeugen selbst, 2019 wurden hier in diesem Land noch 4,67 Millionen Fahrzeuge produziert, und 2021 waren das nur 3,1 Millionen, also eine deutliche Reduzierung an der Stelle. Eine weitere Industrie, wo wir Beschäftigte vertreten, ist die Bahnindustrie, jetzt nicht verwechseln mit der Deutschen Bahn, da gibt es eine andere Gewerkschaft, sondern für Betriebe, die Zug-Waggonbau betreiben oder auch Signaltechnik. Da haben wir 2021 53.800 Beschäftigte gehabt in den Betrieben, ist auch die einzige Mobilitätsbranche, bei der es tatsächlichen Beschäftigungszuwachs gegeben hat, von relativ mageren 1,3 Prozent, aber immerhin. Dann vertreten wir noch die Beschäftigten in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Das waren 2020 knapp 78.000 Beschäftigte, auch aufgrund der Corona-Krise ging das nochmal runter, auf 72.000 Beschäftigte im letzten Jahr. Und last but not least, das Schiff- und Bootsbau 2020 knapp 30.000 Beschäftigte, Entschuldigung, knapp 19.000 Beschäftigte, es ging um ca. 1.000 Beschäftigte runter im letzten Jahr, ein Minus von 5,6 Prozent. Wobei auch Schiffs- und Bootsbau eine Rolle spielen könnte bei der Transformation, bei dem Umbau, aber auch hier erstmal Personalabbau an der Stelle. Das sind vielleicht ein paar Zahlen in dem Zusammenhang. Vielleicht jetzt nochmal insbesondere auf die Automobilindustrie, habe ich zumindest mal ein paar Bilder mitgebracht. Also es gibt im Moment vier große Trends, die auf die Automobilindustrie wirken, nicht nur, aber insbesondere, das ist natürlich an allererster Stelle das Thema Klimawandel beziehungsweise Klimakrise und den Klimaschutz, den wir an der Stelle betreiben wollen. Da sind wir uns auch alle einig, da gibt es auch keine Unterschiede von Beschäftigten in der Automobilindustrie, auch die wollen eine gute Zukunft haben, die lebenswert ist für sich und auch für ihre Kinder. Also da kein Widerspruch an gar keiner Stelle. Klar ist aber auch, dass das Thema Dekarbonisierung ohne diese Klimadebatte längst nicht diese Rolle in der Mobilitätsbranche spielen würde, wie sie das aktuell tut. Und es ist auch richtig so, dass hier ordentlich der Druck da ist, weil es braucht an der Stelle einen Umbau für uns alle. Zweiter Punkt, zweiter Trend ist die Globalisierung. Das kannte in den letzten Jahrzehnten scheinbar nur einen Weg und dann kam zuerst Corona, dann kam die Reaktion Chinas auf Corona, in dem beispielsweise wichtige Häfen geschlossen wurden und es kaum mehr Material und Vorentwicklungsteile geliefert werden konnten. Jetzt zuletzt der Krieg, der Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine, das hat massive Auswirkungen, jetzt mal völlig unabhängig davon, was für menschliche Tragöden sich da abspielen, aber eben auch auf die Industrie. Die Lieferketten hat es dadurch, sind sehr stark negativ beeinflusst worden und eins ist auch klar geworden, diese Form der Globalisierung, wie wir sie bis 2020 kannten, die wird so erstmal auf absehbare Zeit nicht weitergeführt werden können. Ein dritter Trend an der Stelle ist das Thema Digitalisierung. Das spielt eine große Rolle in der Automobilindustrie selbst. Es geht darum, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Es geht darum, dass möglicherweise in der Zukunft die Software viel relevanter ist als die Hardware plus Batteriezelle und dementsprechend findet da ein großer Umbau statt, auch große Verschiebungen bei den Beschäftigten innerhalb der Branche. Das ist ein großer Treiber, ein großer Trend, der Einfluss hat. Und ein Fördertrend, der geht gerade ein bisschen unter, aber der spielt natürlich auch eine große Rolle, vor allem dann, wenn es um diesen Umbau gehen soll. Die Demografie, Deutschland altert, es gibt relativ wenig Nachwuchs, die Beschäftigten werden älter und auch weniger. Also wo sollen A, die Beschäftigten herkommen oder die Jungen herkommen, die diesen Umbau bewerkstelligen und wie kriegen wir es auch hin, dass die Beschäftigten, die weiter im Betrieb bleiben, werden altersgerecht arbeiten können an der Stelle. Auch das nochmal ein großes Thema, ein großer Trend bei uns in den jeweiligen Branchen, aber insbesondere eben auch in den Mobilitätsbranchen. Diese Trends setzen die Industriearbeit massiv unter Druck. Industriearbeit, die, jetzt formuliere ich es mal ein bisschen überspitzt, nicht nachhaltig scheint, laut ist, möglicherweise auch noch dreckig ist und irgendwie von Gästen erscheint, kann das weg, muss das weg. Ich glaube an der Stelle, zumindest hier im Raum habe ich das nicht so gehört, so kann man das glaube ich nicht stehen lassen, denn, was glaube ich schon eine wichtige Information ist, die vorhin auch gegeben wurde, ist, wir brauchen Industrie, wir brauchen die Entwicklung auch weiterhin in Deutschland, um im Sinne des Klimaschuldes entsprechende Technologien auch entwickeln zu können. Denn die Industrie hier in Deutschland kann natürlich einen großen Beitrag dazu leisten. Dazu braucht sie aber auch Zeit. Vielleicht das an der Stelle. Ein dritter Punkt, die Industrie, das Verarbeitungsgewerbe in Deutschland trägt einen großen Teil seit Jahrzehnten bei zum Wohlstandsgewinn. 2021 haben knapp 7,5 Millionen Beschäftigte von 45 Millionen Beschäftigten 23,5 Prozent der Brutto-Wertschöpfung in Deutschland erwirtschaftet. Welche Auswirkungen das hätte, wenn das jetzt aufgrund Krisen massiv nach unten gehen würde, allein auf die Sozialsysteme, das wollen wir uns, glaube ich, an der Stelle gar nicht vorstellen. Und last but not least, das sind ja nicht irgendwelche Jobs, die wir da vertreten, beziehungsweise die Beschäftigten, die wir dort vertreten, sondern es sind Jobs, die in aller Regel sehr gut reguliert sind über Tarifverträge. Das heißt, es sind gut bezahlte Jobs, es sind mit Arbeitszeiten in der Regel 35-Stunden-Woche, maximal die 40-Stunden-Woche, die da gelten mit unseren Tarifverträgen im Standard. Also von dem her muss man sagen, diese Jobs adäquat zu übertragen in möglicherweise andere Industrien oder andere Branchen ist nicht ganz so leicht, auch wenn es wünschenswert wäre, wie wir uns das im Moment vielleicht vorstellen wollen. Und letzter Punkt, der spielt auch eine große Rolle, der Gesundheitsschutz oder der Arbeits- und Gesundheitsschutz in unseren Branchen ist auch ganz gut organisiert, auch das ist beispielhaft und leider nicht in allen Branchen in Deutschland so gut an der Stelle. Viele Herausforderungen für die IG Metall, ich hatte es vorhin erwähnt mit diesen vier Trends, die da auf uns wirken, was machen wir an der Stelle, das ist glaube ich auch der Punkt, der da spannend ist. Vielleicht mal so, auf Bundesebene oder in Bezug auf die Bundesregierung versuchen wir natürlich auch, die Interessen unserer Beschäftigten wahrzunehmen, in allererster Linie natürlich die Interessen der Beschäftigten und an der Stelle vielleicht ein Punkt, Transformation findet vor allem in den Regionen statt, deswegen haben wir einen Schwerpunkt gelegt, auch in Richtung Bundesregierung, regionale Strukturpolitik, das muss in Zukunft besser werden als bisher, auch vernetzter werden, hier muss mehr Einfluss genommen werden, auch auf die entsprechend angesiedelten Betriebe, da sind Punkte, da komme ich später nochmal drauf zurück. Dann ganz konkret, wenn es darum geht, um die Elektromobilität, natürlich ist das für uns einen Weg in Bezug auf Klimaschutz, das braucht eine intensive Förderung und Ausbau der Ladeinfrastruktur, sonst wird das nicht gelingen und ich glaube, wir brauchen das. Ansiedlung von Zukunftstechnologien, auch an der Stelle haben wir massiv versucht Einfluss zu nehmen, Stichwort Halbleiter, Batteriezellfertigung und Recycling, aber eben auch Wasserstofftechnologie, Achim hat es vorher angesprochen und Kreislaufwirtschaft. Wir haben unter anderem erreicht, es gibt eine Zukunftsfahre in der Automobilindustrie, da wird einen ordentlichen Batzen Geld reingesteckt und in dem Zusammenhang werden auch sogenannte Transformationsnetzwerke mitfinanziert. Was sind das? Auf Region-Ebene sollen das Menschen zusammenbringen aus den verschiedenen Bereichen, die die Transformation betreffen, also es sind natürlich Verbände und Vereine, es sind die Kommunen, es sind Arbeitgeberverbände, es sind Gewerkschaften und eben auch die Wirtschaftsförderungen in den Regionen, die da an einen Tisch zusammenkommen wollen. Da kann ich aber gleich nochmal ein bisschen mehr dazu sagen. Diese Transformationsnetzwerke, die da jetzt gegründet wurden, also Start dieses Projektes war der erste, erste dieses Jahres, hat sich leider ein bisschen verzögert, wir haben jetzt im Moment 27 Transformationsnetzwerke, die in Regionen sitzen, die stark geprägt sind von der Mobilitätsbranche oder respektive auch von der Automobilindustrie. Die starten jetzt langsam mit ihrer Arbeit, es geht darum in erster Linie nicht die großen Unternehmen zu unterstützen, da kann man schon erwarten, dass die allein in der Lage sind, diesen Umbau zu finanzieren, sondern es geht vor allem um die kleinen und mittleren Unternehmen, in denen eben auch sehr viele Beschäftigte sind und die möglicherweise von ihrer Kapitalstruktur nicht die Möglichkeiten haben, eigene Forschungs- und Entwicklungsbereiche zu finanzieren und da eben Zukunftsstrategien zu entwickeln. Und das soll unterstützt werden, unter anderem auch durch Hochschulen, durch die Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretungen, die da zusammenkommen und idealerweise auch die Qualifizierung vor Ort verbessern beziehungsweise da in den Betrieben Unterstützung bieten. Das ist so ein Weg, den wir gehen an der Stelle, um diesen Transformation ganz konkret und vor Ort zu unterstützen. Ein weiterer Bereich, wenn wir auf die betriebliche Ebene kommen wollen, sind die sogenannten Zukunftstarifverträge, die wir da abschließen. Vielleicht auch da nochmal ein kurzer Rückblick an der Stelle. Wir hatten es in der Vergangenheit so, es gab einen sogenannten Flächentarifvertrag, der galt für alle Betriebe in einer Branche, sofern der Arbeitgeber auch im Arbeitgeberverband organisiert war. Gleiche Bedingungen für alle faire Rahmenbedingungen. Wenn jetzt in einem Unternehmen sich eine Strategiekrise entwickelte, die natürlich dann irgendwann auf eine Produktkrise und eine Liquiditätskrise endete, dann kamen in Vergangenheit oft Arbeitgeber auf die Gewerkschaft zu und sagten, wir müssen von unseren Tarifverträgen, von unseren Standards abweichen, damit wir weiterhin die Beschäftigung sichern können für einen gewissen Zeitraum. Und da haben wir dann in der Regel Tarifverträge abweichend verhandelt und machen das in Teilen auch heute noch, eine gewisse Absenkung in gewissen Bereichen erfordert, aber gleichzeitig eine Beschäftigungssicherung garantiert für den Zeitraum und dann später, wenn es dem Unternehmen auch wieder besser geht, auch entsprechende Rückzahlungen vereinbart wurden. Das war eine übliche Maßnahme, wenn es um Unternehmen aufgrund bestimmter Ursachen eben schlechter ging und wir aber natürlich eine Zukunft in dem Unternehmen auch sahen und die Beschäftigten da auch sichern wollen. Die Zukunftsverträge, die gehen einen anderen Weg, da geht es darum, dass wir schon dort, wo eine Strategiekrise im Entstehen ist oder möglicherweise im Entstehen ist, die Betriebsräte, also die Vertreter im Betrieb, die Arbeitnehmervertreter auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, wir sehen da was, wir haben da Sorge, dass es in der Zukunft mit den Produkten, die wir im Moment produzieren, nicht mehr so weitergeht und wir wollen da schauen, wie können wir uns da weiterentwickeln, wie können wir eine neue Strategie entwickeln, um auch für die Zukunft krisenfest zu sein. Im Idealfall setzt sich dann der Arbeitgeber bereit oder erklärt sich bereit, an der Stelle mit den Betriebsräten oder mit den Arbeitnehmervertretern zusammenzuarbeiten und auf der Basis wird dann ein Prozess verarbeitet, der dann in einem Zukunftstarifvertrag münden kann, in dem dann geregelt ist, Qualifizierungsmaßnahmen, entsprechende Strategien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Arbeitsgruppen, die zusammenkommen, um neue Produkte zu entwickeln. Das ist die Herangehensweise, die wir jetzt aktuell, auch schon seit ein paar Jahren führen, auch in der Zukunft nochmal verstetigen wollen, um vor allem auch bei kleinen und mittleren Unternehmen diesen Transformation, diesen Wandel zu gestalten, um Beschäftigung da auch nachhaltig zu sichern. Ich weiß es nicht von der Zeit her, ich glaube, es kommen einigermaßen hin. Ich würde es auch an der Stelle erstmal bewenden lassen. Ich habe schon ein paar Punkte, die beständige Diskussionen nachher auch noch eine Rolle spielen werden und ich bin mir auch ganz sicher und hoffe auch, dass jetzt auch eine Diskussion mit den Teilnehmern hier, die wir da gegenüber setzen, stattfindet. Also herzlichen Dank erstmal bis hierher. Ja, vielen Dank, Pierre. Danke, dass du auch die Herausforderungen dargestellt hast, vor denen die Beschäftigten in der Autoindustrie jetzt stehen und auch skizziert hast, welche Erfolge ihr dazu verzeichnet habt in Bezug auf den Zukunftsfonds. Das ist interessant und ja auch in Bezug auf die Mitbestimmung in den Betrieben, die sicherlich ja noch ausbaufähig ist an der einen oder anderen Stelle. Ja, jetzt haben wir also einen Beitrag direkt aus der Autoindustrie gehört von Beschäftigtenseite. Wir haben jetzt gehört, wie die Situation in Frankreich ist, welche Allianzen sich dort bilden, welche Forderungen da erhoben werden. Wir haben das auch für Deutschland gehört in Bezug auf das 9-Euro-Ticket und die Strategie von der TAC. Und ja, jetzt möchte ich euch auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder euch auch mit Kommentaren einzubringen. Ja, bitteschön. Ihr müsstet bitte rüber zum Mikrofon gehen. Genau. Hier, 1, 2, genau. 3, 4, 50. Ich würde sagen, wir sammeln fünf Beiträge erst mal und dann würde ich dem Podium wieder die Möglichkeit geben, auch zu reagieren, damit das für euch nicht so viel ist. vielleicht könntet ihr euch ein bisschen kürzer fassen, also maximal zwei Minuten, maximal zwei Minuten. Barbara Kleine vom Bündnisverkehrs-Belle Köln und von ATTAC Köln. Ich habe zwei Fragen. Ich habe gelesen, dass die Produktion von E-Fahrzeugen, auf das ja doch wohl die Automobilindustrie baut, in den nächsten, sage ich jetzt mal, wenn das so durchgesetzt würde, 10, 20 Jahren zwei Drittel aller Arbeitsplätze abgebaut würden, weil so ein E-Fahrzeug viel weniger Module und so weiter hat. Ich bin keine Produktionsingenieurein, aber es vernichtet Arbeitsplätze. Im Gegenteil zu dem, was wir gehört haben, wenn eine Konversion der Automobilindustrie in Richtung mehr ÖPNV, Busse und so weiter stattfinden würde, würden mindestens die Arbeitsplätze erhalten, mehr oder wahrscheinlich sogar noch sehr viel mehr entstehen. Also warum ist das so schwierig, da mit den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen und warum hört man doch meistens wieder von Betriebsräten, ja, wir machen eine Konversion, aber in Richtung E-Mobilität. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, hat mal jemand ausgerechnet, wenn man jetzt so den Wünschen der Automobilindustrie an die Verkaufszahlen weltweit geht in Richtung E-Mobilität, denn es gibt ja Länder, die haben auch ganz viel mehr Bedürfnisse, noch Autos, China und so weiter, wie viel an erneuerbaren Energien wir bräuchten weltweit, wenn so ein, sage ich jetzt mal, für mich keine Zukunftsgeschichte ist mit dem E-Fahrzeug, wie viel Energie bräuchten wir, das Erneuerbare, weil ja auch von einer energieerneuerbaren Konkurrenz, sagen wir mal, Nutzungskonkurrenz die Rede war. Die beiden Fragen und über Kobold und Lithium haben wir noch gar nicht gesprochen, dass es wieder zu Lasten des Südens geht, was wir hier machen. Okay, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ich hoffe, das Mikro ist an, ich höre es nicht, aber okay, danke. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt einbringen, den Blick vielleicht auch ein bisschen weit weg von der Konversion und anschließend an die Frage Kobold, Lithium. Ich glaube, nein, ich weiß es, es geht eigentlich darum, Mobilität zu vermeiden oder zugespitzt zu verhindern. Das ist ein Aspekt, der mir jetzt noch nicht so auftauchte in den Vorträgen. Mobilität vermeiden beziehungsweise zu verhindern, heißt auch, städtebaulich, Städte anders zu konstruieren, sodass Freizeit, Arbeit, Wohnen in Eins fallen. Und es stellt natürlich auch die Frage nach der Rolle von Unternehmen in diesem Prozess. Bleiben sie privatkapitalistisch organisiert, sind sie kaum dazu zu bringen, dass sie auch für ihre Arbeitnehmer Wohnraum vor Ort schaffen. Das muss aber, diese Frage der Mobilitätsverhinderung, und das wäre dann die Zuspitzung, ist eine Frage städtebaulicher Strukturen. Und hier reicht es nicht, wie in Mönchengladbach, einfach nur Fahrradwege zu bauen, sondern es braucht die Arbeit, die Freizeit, das Theater, das Fitnessstudio vor Ort, in einem fußläufigen Umfeld. Beispiel könnte hier auch der Städtebau in Utrecht sein. So, mein Name war, ich habe es vergessen am Anfang zu sagen, Markus Peiter, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Danke. Okay, danke. Bitte schön. Guten Tag, ich werde auf Französisch reden. Es gibt einen Sektor, über den Sie nicht viel gesprochen haben, nämlich den Luftverkehr. Das ist ja ein sehr wichtiger Sektor, der einen großen Einfluss auf das Klima hat. Wissenschaftliche Recherchen zeigen, dass es fast 60 Prozent der Luftverschmutzung ausmachen, Treibhausgas quasi ausstoßen. Das heißt, wir haben also einen großen Einfluss auf das Klima. Und hier gibt es zwei wichtige Fragen. Einmal die Frage, was sind die Bedürfnisse, Transportbedürfnisse im Luftverkehr und wie haben sie sich in den letzten 30 Jahren entwickelt? Wir haben hier zum Beispiel Tourismusbedürfnisse, wo wir uns auch Fragen stellen können über kurze Aufenthalte, wie wir das beurteilen. Die zweite Frage ist die der Ungleichheit im Zugang zu Transportmitteln und auch zum Luftverkehr auf der ganzen Welt. Denn der Luftverkehr ist ja ein viel benutzter Transport und wir könnten uns also fragen, ob es wirklich privaten Luftverkehr geben müsste mit Privatjets. Im Allgemeinen ist diese Frage der Transportmittel und des Luftverkehrs immer eine Frage der Arbeitsplätze, der Sektoren, die sich verkleinern, der Luftverkehr, die Automobilbranche und auch die Frage der Entwicklung von nachhaltigeren Transportmitteln. Wir brauchen auch im Bahnverkehr oder in Fähren mehr Arbeiterinnen und Arbeiter. Sie sind alle in Ihrem Arbeitsbereich auf diese Fragen eingegangen und ja, ich glaube aber ohne staatliche oder regionale Regelungen, die auch Ausbildung von Arbeitskräften vorschlagen, können wir hier nicht weiterkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich bin Margareta Steinröcke zusammen mit Stefan Kroll, Koordinatorin der ATTAK Bundes AG Arbeitwehr Teilen und ich möchte eine Frage stellen, die anschließt an zwei meiner VorrednerInnen, insbesondere an den Kollegen von der IG Metall auch. Also erstens, was gibt es konkret oder gibt es überhaupt konkret Überlegungen einerseits im IG Metall Apparat selbst über konkrete Konversionsvorschläge für konkrete Betriebe, also meinetwegen nehmen wir mal Mercedes Bremen, da komme ich her, unser größter Arbeitgeber, gibt es da Ideen, wie man statt immer nur Mercedes Autos vielleicht auch Busse oder Bahnen produzieren könnte. Also im Apparat selbst und gibt es überhaupt nennenswerte Beteiligung von Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben selbst, also unter Vertrauensleuten, unter gewerkschaftlich Engagierten, wie weit gibt es da überhaupt Überlegungen in diese Richtung. Das Zweite, die Frage nicht einfach einer Konversion oder einfach Ersetzung meinetwegen von Verbrennungsmotor durch Elektromotor, sondern die Frage der wirklich radikalen Reduktion der Produktion in den klimaschädlichen Branchen. Das ist insbesondere Stahl, Automobil, Aluminium, Zement. Wie weit habt ihr das überhaupt auf dem Schirm? Weil wenn wir auch nur von Ferne das Klimaziel von Paris einhalten wollen, können wir nicht einfach mit derselben Menge Produktion weitermachen. Auch nicht, wenn wir den Stahl auf Wasserstoff umstellen. Ist alles völlig illusorisch. Und die Frage, wie weit stellt ihr euch die überhaupt? Und habt ihr da offensive Strategien, das dann auch zu verarbeiten? Also ich habe vom Transformationskurzarbeitsgeld gehört. Das wäre ja eine Variante durch Arbeitszeitverkürzung diesen Produktionsabbau dann auch gerecht zu verteilen, halbwegs oder aufzufangen zumindest. Das würde mich sehr interessieren, welche Überlegungen ihr da habt. Okay, vielen Dank. Und jetzt nehmen wir noch einen Beitrag und dann, nein, nein, dann geben wir zurück ans Podium und dann seid ihr nochmal dran. Alles gut. Okay? Wir können nicht so viele Redebeiträge hintereinander sammeln, weil dann unsere Panelisten sozusagen einfach zu viele Hausaufgaben aufgeschrieben bekommen haben. Okay, bitteschön. Ich spreche Deutsch. Ja, mein Name ist Manuel. Ich bin vom Netzwerk Stay Grounded, rede auch kurz über Flugverkehr und habe eine Frage. Und auch dieser ökologische, dieser ökologische Realismus, den die Kollegin gerade angesprochen hat und die Ungleichheit, die die andere Kollegin vorher angesprochen hat, sind mir zu wenig präsent. Nur so zwei, drei Zahlen zum Einordnen. In Deutschland verbrauchen wir das Dreifache des ökologisch nachhaltigen Materials, so pro Person, Metalle, Biomasse, fossile Energien, das Dreifache. Also das ist die Zahl, wie viel wir es reduzieren müssen und das Fünffache an CO2, was nachhaltig wäre. Und wenn ich dann dem Kollegen von der Gewerkschaft zuhöre, höre ich keinen Plan, wie man da in Einklang mit den planetaren Limits kommen kann. Ein anderer Vergleich zum Flugverkehr, wenn wir den umstellen würden auf diese alternativen Treibstoffe, die propagiert werden, dann bräuchten wir nur für den Flugverkehr, um die zu produzieren, die gesamte erneuerbare Energie Deutschlands, nur für Flugverkehr. Da ist meine Frage, wie wollen wir, also was tut die Gewerkschaft, um hier in Einklang zu kommen mit den planetaren Grenzen und eine Einladung, wer sich noch mehr zu Flugverkehr beschäftigen will, um 14 Uhr gibt es einen Open Space von uns, stay grounded, im Raum S201a. Wenn jemand da auch in Richtung Narrative, weil ich glaube, wir brauchen, was wir jetzt brauchen, sind starke Narrative, die bei den Menschen ankommen, damit sich was verändern kann. Auch damit beschäftigen wir uns. Danke. Ja, vielen Dank. Jetzt würde ich erstmal dem Panel die Möglichkeit geben zu reagieren. Wir machen das wieder in der gleichen Reihenfolge und wenn ihr euch auch kurz fassen könnt, vielleicht drei Minuten, damit dann sozusagen nochmal auch unsere Teilnehmerinnen reagieren können. Bitte schön, Achim. Ja, es ist vorhin die, also die Frage nach der Rolle der Unternehmen gestellt worden und der Kollege eben hat gefragt, inwieweit das möglich ist, mit den jetzigen Strategien in Einklang mit den planetaren Grenzen zu kommen. Wir glauben, dass das mit den Autokonzernen nicht geht. Wenn wir uns angucken, sozusagen die Strategien der Autokonzerne, VW setzt immer noch darauf, irgendwie mehr als 50% SUVs zu verkaufen. Es geht nur dadurch, dass einerseits massiv gesetzlich auch reguliert wird, dass diese großen Autos einfach verboten werden, dass die bestehenden, also die Autos, die noch gebraucht werden, dann jetzt auf drei Liter und einen bestimmten Hubraum und bestimmte PS-Zahlen reduziert werden. Also die Frage der Regulierung, das hat natürlich im Verkehr und in der Mobilität noch andere Aspekte. Es ist ja absolut pervers, dass hier kein Tempolimit in dieser Situation, gesellschaftlichen Situation durchsetzbar ist. Also hier ist eine starke Regulierung notwendig, also die Autokonzerne zu zwingen, bestimmte Standards einzuhalten. aber das wird nicht reichen. Man muss den Autokonzernen auch die Verfügungsgewalt über das nehmen, was sie im Moment tun, weil sie mit ihrer Lobbymacht immer noch dafür sorgen, dass sozusagen Autobahnen und Fernstraßen weitergebaut werden. Das hat auch was mit fossilen Konzernen und so weiter zu tun. Diese Macht muss man einfach brechen und wir sind der Meinung, dass diese Konzerne auch vergesellschaftet werden müssen. Ein zweiter Punkt, Pierre hat angesprochen, dass natürlich das Gehalts- und Lohn- und Gehaltsniveau in der Autoindustrie relativ hoch ist und es ist natürlich klar, dass eine Gewerkschaft, ich war ja auch gewerkschaftlicher, betrieblicher Funktionär, dafür sorgen muss, dass sozusagen die materiellen Interessen der Beschäftigten gesichert bleiben, also die Autobeschäftigten wollen nicht sozusagen für die Hälfte Geld arbeiten, das ist ganz klar. Wir haben als Attac mit anderen zusammen, mit Verdi zusammen, in der Tarifrunde TVN 2020 vor zwei Jahren massiv dafür gekämpft, dass die Bedingungen der Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr verbessert werden, dass also dort gute Arbeit eingeführt wird, sowohl was Lohn und Gehalt angeht, was auch die Arbeitsbedingungen angeht, Nachtschicht und so weiter. Das heißt, wenn hier mehr passiert und wenn wir auf der Schiene mit Verdi und mit anderen Gewerkschaften weiter zusammenarbeiten, dafür zu sorgen, dass dieses Lohngap, also Beschäftigte im öffentlichen Verkehr verdienen im Moment etwa zwei Drittel dessen, was Beschäftigte in der Autodustrie verdienen, wenn dieses Gap, diese Differenz geschlossen wird, dann ist natürlich die Bereitschaft für Beschäftigte in der Autodustrie in andere Industrien zu wechseln, umso größer. Und wenn wir uns die Bahnindustrie angucken, da gibt es ja schon auch Tarifverträge, die so in etwa denen in der Autodustrie entsprechen, dann ist es so gewesen, dass auch durch strukturpolitische Entscheidungen einige Konzerne und einige Unternehmen der Bahnindustrie aus Deutschland weggegangen sind, was völlig unnötig gewesen wäre, die gilt es wieder hierher zu holen und was im Moment sozusagen die Frage sozusagen, wie kriegen die die Arbeitskräfte aus der Autoindustrie woanders unter, die klingt ja schon so ein bisschen, die klingt ja schon eigentlich überholt, weil wir hören jeden Tag, dass es in allen Bereichen Arbeitskräftemangel gibt, wenn wir jetzt sozusagen von Gasheizungen auf Wärmepumpe umstellen, dann gibt es einen riesigen Bedarf an Handwerkern, die sozusagen Wärmepumpen einbauen, von daher sozusagen die Frage, was passiert mit den Beschäftigten in der Autoindustrie, stellt sich überhaupt nicht so, wie damals diese völlig hochgeputschte Diskussion um die Weiterbeschäftigung der Menschen in der Kohleindustrie. Soweit erstmal, danke. Ja, ich möchte auf zwei Punkte eingehen, das war einmal der Luftverkehr, das ist richtig, der ist jetzt bislang noch nicht so zur Sprache gekommen, da möchte ich zunächst hinweisen auf die Initiative, die im Rahmen der Kampagne Einfach Umsteigen auch gemacht worden ist, zusammen mit anderen Akteuren Züge statt Flüge. also da geht es unter anderem auch um das Verbot von Kurzstrecken Flügen, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wo durch Regulierungen eingegriffen wird. Ich meine das Problem ungerechter Zugang zur Mobilität durch Luftverkehr, das ist eine Frage der allgemeinen sozialen Gerechtigkeit, Flüge müssten Luxus werden, aber gleichzeitig muss natürlich insgesamt die Gesellschaft gerechter werden, die Einkommen müssen gerechter verteilt sein. Der andere Punkt, ja und zum Luftverkehr ist auch noch anzumerken, dass ja leider Prognosen ganz konkret da sind, die praktisch noch eine Steigerung des Güterluftverkehrs ins Auge fassen und da geht es natürlich auch darum, um dieses große Thema überhaupt diesen enorm gesteigerten Transportsektor runterzufahren und das führt mich zu dem nächsten Thema, eine Stellungnahme war ja auch sehr richtig zu der Mobilitätsvermeidung, die wir dringend brauchen und ich meine hier geht es insgesamt darum, dass wir diesen Wirtschaftsdiskurs ändern müssen, es geht um bedarfsgerechte Produktion und es muss klargemacht werden, wie kommen wir zur bedarfsgerechten Produktion, das ist ja hier in allen Sektoren angesprochen worden, es kann nicht sein, dass man immer wieder irgendetwas produziert, um Arbeitsplätze zu erhalten oder Arbeitsplätze auszuweiten, ich denke, die Schlüssel zur bedarfsgerechten Produktion sind einmal die öffentliche Investition, das sind Regulierungen, das haben wir ja auch schon gehört, zum Schutz von unseren Ressourcen, öffentliche Investitionen, das würde der ÖPNV sein, aber auch zum Beispiel, dass die ganze Kommunalwirtschaft sich auf nachhaltig umstellt, da sind ja unglaublich viele Dinge denkbar, mir fällt jetzt gerade eine Maßnahme ein, dass man zum Beispiel Mitarbeiter nur noch, also dass man sie veranlasst, durchgehend mit dem ÖPNV anzureisen und was anderes nicht erstattet, das ist so eine, aber davon gibt es viele Maßnahmen, dass man sich auf dieses bedarfsgerechte Wirtschaften umstellen kann. Ein wichtiger Punkt ist da auch noch der Punkt Wirtschaftsdemokratie, also sich Gedanken zu machen, es gibt ja schon wunderbare Ansätze, wie Unternehmen anders verfasst sein können, dass die Arbeitnehmerinnen mitbestimmen, es wurde hier von unserer französischen Referentin auch genannt, dass die Nutzer mitbestimmen, also dadurch entsteht auch bedarfsgerechtes produzieren, was dann auch mal zu einer Produktionsminderung führen könnte, denn wenn so Unternehmen geführt würden, wenn andere Akteure mitsprechen, dann ist ja auch denkbar, dass man eben nicht weiter wächst, sondern die Einnahmen einfach nur angemessen verteilt, also jeder hat für seine Arbeit angemessenes Einkommen. Vielen Dank. Es wurde geredet über Flächennutzung und die Notwendigkeit vom Leben und Arbeiten am selben Ort. Heute ist das eine Notwendigkeit, was die Umwelt angeht. Langfristig gesehen müssen wir auf diese Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz schauen. Ich etwa wohne in Paris in der Ile-de-France. Dort müssen viele Menschen jeden Tag anderthalb Stunden Zug fahren. In der Ile-de-France ist es nicht sehr teuer mit dem Zug zu fahren. Ein Monats Abo kostet 37,50 Euro. Verschiedene Menschen müssen also jeden Tag lange Zugfahrten auf sich nehmen. Das müssen wir auch mit bedenken. Es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, dort zu arbeiten, wo man auch lebt. Wir sehen, dass auch unnötig gebaut wird. Autobahnen, auch Zugstrecken, die völlig sinnlos sind. Zum Beispiel ein Tunnel zwischen Frankreich und Italien in den Alpen. müssen auch über eine Reindustrialisierung Europas nachdenken. So müssten weniger Güter transportiert werden. Wir reden hier über Verkehr für Menschen, aber viel Verkehr ist auch Güterverkehr. SNCF zum Beispiel, das französische Bahnunternehmen oder auch die Deutsche Bahn transportieren sehr viele Güter. In Europa sind das die führenden Bahnunternehmen. Auf europäischer Ebene muss hier wirklich geplant werden. Wir dürfen nicht nur zerstören, was funktioniert hat, wie etwa Bahnstrecken. Trotz allem, was angekündigt wird von verschiedenen Regierungen, werden diese weiterhin zerstört. Wir brauchen eine Politik, die uns allen etwas nutzt. Der Bahnsektor ist etwas Besonderes, der kann nur kollektiv sein. Wir haben diese gemeinsame Struktur, die wir gemeinsam nutzen können. Ich schaffe es nicht in drei Minuten. Es waren schon ein paar Punkte, wo ich vielleicht ein bisschen mehr ausholen muss. Vielleicht das Erste, ich fange mit den planetaren Grenzen an. Die will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Wo ist der Kollege, der das angesprochen hatte? Das mag durchaus stimmen. Die Situation im Moment ist einfach so, wir haben Regelungen, wir haben Vorgaben, die eingehalten werden müssen, bis 2030 so und so viele Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren. Unser Blick ist darauf, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir das schnellstmöglich an unserer Branche hin. Das beantwortet diese Frage möglicherweise nicht, aber ich glaube, das können wir hier auch nicht, auch nicht so, wie wir organisiert sind. Also in der Demokratie müssen wir Mehrheiten finden, organisieren, um es durchzusetzen und das braucht möglicherweise mehr Zeit, als es die nackten Zahlen suggerieren oder darstellen. Das Problem kann ich auch nicht lösen. Aber vielleicht mal ein grundsätzlicher Punkt. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig bei den meisten Punkten, was aus unserer Sicht die ideale Zukunft darstellt und wie die aussehen soll. Ich glaube, auf dem Weg dahin gibt es unterschiedliche Strategien und gibt es auch Grenzen für uns als Interessenvertreter der Beschäftigten. Aber vielleicht mal nackte Zahlen, die leider so sind, wie sie sind. Zwischen 2019 und 2021 hat sich der Bestand an zugelassenen Pkw's in Deutschland von 47 Millionen auf 48,5 Millionen erhöht. Und da war schon die Debatte da. Schon viel länger. SUVs, die vorhin angesprochen wurden, ich glaube, 2020 war jedes fünfte Fahrzeug ein SUV, jetzt ist es jedes vierte Fahrzeug. Das muss keiner gut finden, überhaupt keine Frage, aber das müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Selbst Berlin, ich wohne seit 2019 in Berlin, alle fünf Minuten fährt die S-Bahn oder die U-Bahn, selbst dort hat von 2020 auf 2021 der Pkw-Bestand zugenommen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es zumindest für uns als Gewerkschaften erstmal wichtig, okay, was sind die konkreten Anforderungen an unsere Industrie seitens der Regierung oder des Gesetzgebers und wie kriegen wir das hin, ohne dass in nennenswerten Umfang Beschäftigung vernichtet wird. Und was, glaube ich, klar ist, zumindest beim Pkw geht der Weg an E-Mobilität nicht vorbei. Mit all den Problemen, die sich dadurch ergeben, ja, natürlich, es werden weniger Beschäftigte gebraucht im Bereich des Antriebsstranges und der Abgasregulierung. Das ist wahr, das werden weniger, das werden jetzt schon weniger, werden auch in Zukunft weniger sein, und zwar nicht nur in der Produktion, sondern auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Das Thema Software spielt eine immer größere Rolle, das heißt, da wird Beschäftigung aufgebaut, jetzt kann man aber nicht eins zu eins, die Kollegen, selbst wenn es im gleichen Betrieb ist, also sich einen Maschinenbau-Ingenieur zum Software-Ingenieur mal kurz umqualifizieren. Eine Idee, die wir da verfolgen, ist das Recht auf eine zweite Ausbildung. Das ist ein Punkt, wenn es um Konversion und Änderung geht, das hat Herr Kaufmann auch sehr präsent dargestellt, da sind wir auf einem Weg, der glaube ich richtig ist, aber auch das braucht noch Zeit. Also sprich, wenn ich jetzt feststelle, mit 30, 35, ich habe Verpflichtungen, habe ein gutes Einkommen, aber ich bräuchte jetzt eine Umqualifizierung, wie wir das dann finanzieren, dass das eben dann auch gegebenenfalls unterstützt wird. Transformationskurzarbeitergeld wurde vorher genannt, auch das ist eine klare Forderung. Und eine andere Forderung, die wir auch haben, ist das Thema Viertagewoche. Das war mit der Bundesregierung, nur in Teilen Umsetzbar, die wir jetzt haben. Das muss man an der Stelle eben auch klar sagen, insbesondere mit der FDP war da an vielen Stellen nichts zu machen, weil wenn es um die Frage Mitbestimmung in Unternehmen geht, Wirtschaftsdemokratie. Natürlich haben wir ein großes Interesse daran, was wird wo wie produziert. Wenn wir uns aber die Rechtslage anschauen, entscheidet es heute immer noch das Unternehmen in allererster Linie. Es gibt eine Ausnahme, das ist VW, das ist eine Besonderheit, aber in allen anderen Unternehmen entscheidet das die Unternehmensseite. Außer dort, wo wir gut organisiert sind, können wir darauf Einfluss nehmen, aber gleichwohl, die Rechtslage ist an der Stelle eindeutig und zwar nicht zugunsten der Beschäftigten oder der Gesellschaft, sondern immer noch zugunsten der Unternehmen. Wie viel erneuerbare Energien braucht es für den Strom? Viel, sehr viel, deswegen machen wir allen Druck, den wir machen können, dass dieser Umbau auf Erneuerbare auch schnell stattfindet. Das ist nach wie vor sehr schwierig, keine Frage, aber was du vielleicht noch schon an der Stelle sagen musst, der Umstieg auf Elektromobilität oder generell auf mehr Strom statt fossile Energieträger heißt auch, dass ich zwar in Summe deutlich mehr Strom brauche als jetzt, aber ich brauche deutlich weniger an fossilen Energien. Also da wird dann auch schon eingespart werden, das ist schon nochmal ein Vorteil, den muss man glaube ich schon nochmal erwähnen. und insbesondere beim Thema Elektromobilität, also der Verkehrssektor muss, ich glaube 79 Millionen Tonnen CO2 äquivalent einsparen bis 2030. Wie macht man das jetzt ganz konkret? Vermeidung? Möglicherweise ja, aber ich habe es vorher genannt, die Entwicklung ist eher mehr Verkehr als weniger, selbst beim 9-Euro-Ticket hat es ja eher zu mehr Verkehr, mehr Mobilität als zu weniger geführt. Nicht, dass ich das in Frage stellen will, ich finde das eine gute Idee, das soll auch weitergeführt werden, überhaupt kein Ding, aber man muss auch das zur Kenntnis nehmen. Wenn wir im Verkehrssektor relativ schnell CO2 einsparen wollen, dann müssen wir so schnell wie möglich auf Elektromobilität beim PKW kommen, weil, das sagen die Studien, einigermaßen glaubhaft, von den 79 Millionen Tonnen CO2 äquivalent kann über den Antriebswechsel auf Elektromobilität 47 Millionen Tonnen eingespart werden. Das ist eine deutliche Hausnummer, das auch eingespart werden muss. Deswegen sagen wir, Elektromobilität zumindest beim PKW scheint im Moment klar zu sein, dass daran kein Weg vorbeiführt. Jetzt kann unabhängig davon natürlich zukünftig mehr Verkehr vermieden werden. Noch besser, dann kommen wir noch schneller zu guten Ergebnissen an der Stelle. Aber erstmal müssen wir bei dem Thema PKW uns darauf bauen, dass das Thema Elektromobilität zumindest in Bezug auf CO2 eine gute Entwicklung gegenüber dem Stand heute. werden wir auf, auch wenn es nicht ausreichend ist. Aber es ist in die richtige Richtung gedacht und gehandelt an der Stelle. Weiterer Punkt Luftverkehr, also müssen die ganzen erneuerbaren Energien, die in Deutschland im Moment produzieren, nur für den Luftverkehr herhalten. Das kann sein, das weiß ich und klar ist auch, das wird nicht funktionieren. Das heißt, da braucht es Strom- oder Power-to-Liquid- Technologie in andere Länder, die es dann importiert wird. Wie das dann stattfinden wird, ist aber noch mal eine andere Baustelle an der Stelle. Konversion im Apparat, Diskussion darum, also die gibt es an der einen oder anderen Stelle schon, aber im Moment konzentrieren wir uns natürlich darum, wie wir den konkreten Umbau an der Stelle auf Elektromobilität hinbekommen. Das ist im Moment der Fokus, das muss man klar sagen. Vermeidung wird eine Rolle spielen, das ist uns auch klar, aber im Moment geht es darum, die nächsten paar Jahre so schnell wie möglich umzustellen auf Elektromobilität, um auch die CO2-Ziele erreichen zu können mit unserer Branche. Damit habe ich jetzt nicht alle Fragen beantwortet und mit Sicherheit auch nicht zur Zufriedenheit, aber ich würde es an der Stelle erstmal dabei bewenden lassen. Super, danke Pierre. Dann würde ich euch jetzt wieder die Möglichkeit geben, bitteschön. Hallo, man hört mich? Okay. Mein Name ist Rolf Beierling Immunee und jetzt mache ich mal ein kleines Feindbild auf, ich bin Stadtplaner vom Beruf und zwar habe ich ja 16 Jahre in dieser Stadt als Stadtplaner München-Gladbach gearbeitet und mein Bestes getan, um Verkehrswende und so weiter voranzubringen. Ja, ich bin aber auch jetzt in meinem Rentnerdasein im Bündnis Verkehrswende Köln aktiv und bei Attack in Köln und wollte mal klar sagen, dass unser Europa und unser Deutschland und unsere Städte ideal sind, ideal sind für eine Verkehrswende. Das heißt, wir sind eigentlich historisch immer schon eine Städte der kurzen Wege. Arbeit, Wohnen, Freizeit ist in Europa sehr gut organisiert, sehr nah organisiert. Das zeigen ja letztendlich auch die Bewegungsparameter beim Auto. Das Auto in Deutschland im Gegensatz zu den USA oder so oder Australien ist ein Kurzstreckenfahrzeug. Das Auto ist ein Kurzstreckenfahrzeug und hat nichts mit Mobilität insgesamt für die Gesellschaft zu tun, zur notwendigen Mobilität. Im Gegensatz dazu ist gerade der Regionalverkehr, ich rede hier nicht von TGW und den Schnellverbindungen, was hier immer so ein Prestige-Objekt ist, der Regionalverkehr ist ganz, ganz schlecht und wird eben gerade der wird vernachlässigt und der muss gefördert werden und der ist der Ersatz der Nahverkehr der ÖPNV in der KVB und in der Region, der muss gefördert werden und ist die Antwort auch auf die PKW-Frage und lieber Kollege, ich bin auch schon in meinem 16. Lebensjahr aktiv in der Gewerkschaft, deine Alternative ist keine Alternative, die Elektromobilität fürs Auto nimmt eben genauso viel Platz weg und ich würde behaupten, in der Klimabilanz, sagen viele Fachleute in der Klimabilanz, CO2-Frage schlecht, nicht geklärt. So, da muss ich dir widersprechen, ja, da wickst du so, ich sag so, also ist klar, da sind wir jetzt gegensätzlich, das lassen wir auch so stehen, aber das ist erstmal von der Platzfrage her nicht die Antwort und auch nicht über die Mobilitätsnachfrage, die wir zu decken haben, nicht die Antwort. Wir müssen weg vom PKW, natürlich Elektromobilität in einem gewissen Maße, klar, aber nicht als Massenfahrzeug für jedes Individuum. Da muss ich dir widersprechen, da ist gerade die Struktur in Deutschland und wäre der Exportschlager international, ja, ich wollte mal was zur Energiefrage sagen, also hier, du redest immer, kurz, du redest immer einen Aspekt, ich habe noch einen wichtiger Punkt, du redest immer von der CO2-Frage, aber die Energiefrage, dann auf einmal die Atomenergie ins Spiel zu bringen, damit wir überall Elektroauto fahren lassen können, das ist ja wohl der Belzebub, ausgetrieben, das geht gar nicht, wir wollen ja nicht die totale Vernichtung mit Atomen noch reinholen, nur weil die CO2-Frage so hoch hängt. Okay, danke schön, dann bitte hier. Guten Tag, ich bin Nicola und Gewerkschafter bei der Französischen Post. Es ist nur eine ganz kurze kleine Geschichte, vor 15 Jahren hat die Post ihren Luftverkehrunternehmen verkauft für Express-Pakete und sie hat dieses Unternehmen verkauft, weil sie stattdessen auf schnelle Linien umsteigen wollten. Das gibt es auch in Deutschland. Es sollten 25 Flugzeuge mit TGWs, also Schnellzügen, ausgewechselt werden. jetzt gibt es heute immer noch Flugzeuge, die Pakete ausliefern und der CO2-Abdruck hat es bedeutend gestiegen und das wurde noch verstärkt durch die Pandemie in den letzten zwei Jahren. Wir sehen also heute, dass diese öffentlichen Transportunternehmen wie die SNCF Entschuldigung. Also wir glauben, wir Gewerkschaften haben entschieden, dass wir den Staat dazu auffordern werden, hier etwas zu unternehmen. Heute haben wir also diese Situation und ich würde auch gerne die Frage stellen, ob die Deutsche Post sich dieses Luftverkehrs bedient. Die Post hat den ersten elektrisch, die erste elektrische Fahrzeugflotte und trotzdem sind die CO2-Ausstöße bedeutend gestiegen. Eins, zwei, drei, vier. Okay, dann würde ich sagen, die vier, wir nehmen euch dann noch ran und dann bekommt nochmal das Podium das Wort natürlich. Dann bitteschön. Danke, ich spreche Deutsch. Mein Name ist Anne Kretschmer, ich bin auch vom Netzwerk Stay Grounded und genau, ich möchte eine Sache zum Thema Mobilität und der Reduktion von Mobilität sagen, dass ich es extrem wichtig finde, dass wir nicht da rein verfallen zu sagen, wir müssen Mobilität vermeiden, wir müssen Mobilität verändern und Strecken verkürzen. Wenn wir darüber sprechen, dass wir Mobilität vermeiden, dann gehen wir damit Menschenrecht auf Mobilität an und darum geht es denke ich nicht, müssen die Strecken verkürzen und meine Frage ans Podium wäre aber mehr in eine andere Richtung und zwar sind wir hier auf der Sommer Universität der sozialen Bewegung und meine Frage ist, abgesehen von einzelnen Inhalten, über die wir uns sicher sehr streiten können und ich könnte auch viel zu gewissen Positionen sagen, wäre meine Frage, was seht ihr als Aufgabe von sozialen Bewegungen in dieser Frage und vielleicht auch wieder an die Gewerkschaften, Ulrich Brandt hat gestern im Klimaforum gesagt, wir als soziale Bewegung oder als Klimagerechtigkeitsbewegung müssten uns nicht so sehr darauf fokussieren, die Beschäftigten irgendwie vor uns herzutreiben, denn das ist ja Aufgabe der Gewerkschaften mit den Beschäftigten für Klimagerechtigkeit oder für eine Veränderung zu kämpfen und ich frage mich aber, ist das wirklich, also machen die Gewerkschaften das wirklich beziehungsweise was ist aus ihrer Sicht oder aus eurer Sicht als Gewerkschaften Aufgabe der sozialen Bewegung, wo gibt es Anknüpfungspunkte, auf die wir uns gemeinsam fokussieren müssen, also wo sind, ja, abgesehen von einzelnen Tarifvertragsverhandlungen auch europaweit Strategien, auf die wir eingehen müssen, nicht nur hier in Deutschland dieser Tarifvertrag oder da 5 Euro mehr oder weniger. Ich werde Französisch sprechen. Ich komme von Attac in Liège. Drei Sachen möchte ich gerne sagen bezüglich des Luftverkehrs. Wir haben eine Kampagne in Attac Liège, um die Entwicklung des Flughafens in Berzier aufzuhalten. Es gibt hier einen großen Protest im September und ich lade Sie alle ein, dazu zu kommen. Warum wollen wir diesen Flughafen nicht? Weil wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Eine der Schwierigkeiten ist, dass die Gewerkschaft von IG Metalle Logistik wieder aufgenommen hat und es braucht hier einen Ausgleich. Eine Frage zu den Gewerkschaften ist also, wenn wir die Welt zusammen neu denken wollen, auf demokratische Art und Weise, ist dann die Struktur von Gewerkschaften und ich habe vielen Gewerkschaften gearbeitet, noch immer aktuell, müssen sie nicht diese Vision der Körperschaft verändern. Hier haben wir ganz viele Leute, die bestimmt sehr schlecht bezahlt werden und die nicht von der gleichen Gewerkschaft kommen wie die Leute der Universität. Also bezüglich des Luftverkehrs immer noch, tut mir leid, kann Attac sich nicht einigen, dass wir das Kerosin stark besteuern. Wir haben ja auch eine Steuer auf Flugzeugtickets gemacht, aber da besteuern sie ja Leute, die das Flugzeug benutzen. Wenn man Kerosin besteuert, dann werden die Leute, Privatjets nehmen, die gleichen Steuern zahlen. Also auf europäischer Ebene, es gibt nämlich auf europäischer Ebene ein Übereinkommen, das zwar nirgendwo aufgeschrieben ist, aber das existiert, dass das Kerosin nicht besteuert wird. Können wir das ändern? Und bezüglich der Züge, es ist notwendig, diese, den Wettbewerb aufzuheben zwischen dem TGW, den ICÖ, dem Thalys, in Belgien, der ein bisschen zwischen den beiden anderen liegt. können wir nicht diese Kooperation auf internationaler Ebene wiederfinden, die schon mal existiert hat. Und hier würde ich gerne die Leute auf dem Podium fragen, 2023 wird von einem Bündnis von verschiedenen Aktivisten in Europa ein Protest dazu organisiert. Also gibt es eine Möglichkeit die Transportmittel zu vereinfachen? Okay, bitte rein sich kurz. Ich bin der Lukas und ich wollte nachfragen oder ich sehe die Digitalisierung in der Automobilindustrie mit Sorge, weil damit oft einhergeht, dass die Reparierbarkeit der Fahrzeuge eben deutlich kleiner wird. Wir haben deutlich zusammenhängendere Systeme und ich glaube sogar Mercedes hatte beim neuesten Auto einfach verhindert, dass normale Menschen die Motorhaube öffnen können. Klar sind da eben Elektroleitungen, die gefährlich sind, aber ein Motor ist auch gefährlich und wenn eben ich nur noch als Privatperson die Möglichkeit habe, bei Mercedes das Auto reparieren zu lassen, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, wenn Mercedes diesen Dienst nicht mehr anbietet, mein Auto reparieren zu lassen, was absolut nicht nachhaltig ist. Und der zweite Punkt war, das mich unglaublich stört und ich wissen wollte, ob sich mit der Frage auch beschäftigt wird, warum immer neue Autos gebaut werden müssen und nicht alte Autos elektronach gerüstet werden können. Ich sehe, dass das Privatpersonen machen, aber ich sehe irgendwie keinen großen Autohersteller, der irgendeine Bewegung in diese Richtung versucht. Bonjour. Bonjour. Ich werde auf Französisch sprechen. Ich bin Franzose, ich habe also eher ein Privileg und ich bin eher jung. Sie haben den Kopf voll mit Ihrer ganzen Arbeit und ich habe ein volles Herz. Ich bin gestresst wegen der Klimafrage, über die wir schon gesprochen haben. Ich glaube, es ist wirklich eine Notwendigkeit, dass wir handeln und alles, was wir tun, muss im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen. Wir müssen unsere Ideale auf diese Ebene stellen. Herr Koko, Sie haben gesagt, dass wir die gleichen Ideale bezüglich der Zukunft haben und ich würde gerne wissen, was Ihre sind, denn ich habe gehört, Sie haben vom elektrischen Fahrzeugen gesprochen, aber was gibt es danach? Was steht dahinter? Emanuel Goh, Sie haben davon geredet, den Weg den Weg zwischen Arbeit und Haus auf lange Zeit verändern muss, aber was heißt das? Müssen wir nicht schneller handeln? Stehen wir nicht total unter Druck? Wir haben viel von Netzwerken, von Strukturen und Organisationen gesprochen, aber Transporte, das betrifft ja unsere Lebensweise, wir benutzen sie jeden Tag, was geben wir also von unserer Lebensweise auf, was sind wir bereit aufzugeben? Das ist ein zentraler Punkt in dieser Debatte. Es gibt auch die Frage der Ideale, was wollen wir langfristig aufbauen und wie können diese Ideale näher, zeitlich näher gebracht werden, früher passieren, denn unsere Zukunft beginnt morgen. Meine letzte Frage, ich bin hierher gekommen, um die einzige Konferenz über Transport zu sehen, denn das ist mein Studium und ich würde gerne fragen, sind die Akteure in diesem Sektor bereit für die Herausforderungen? Sind sie bereit, eine konkrete Alternative zu geben? Denn ich persönlich brauche diese Alternative, ich brauche diese Perspektive und wenn ich sie nicht von Ihnen kriege, von wem dann? Vielen Dank. Wenn es jetzt keine weiteren Wortmeldungen gibt, hätte ich jetzt abschließend auch noch eine Frage an Pierre, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen, was müsste denn aus eurer Sicht, aus Sicht der Beschäftigten, was müsste dann eigentlich das Management jetzt von einem Autoproduzenten, was müssten die denn eigentlich machen, damit bei euch auch das Vertrauen steigt in eine solidarische Verkehrswende im Sinne von der Produktion von anderen Fahrzeugen, Schiene, Schienenfahrzeuge, Busse, Triebwagen und so weiter und so fort. Wir haben ja sehr lange Lieferzeiten für diese Art von Fahrzeugen, also eigentlich ist ja eine Notwendigkeit da und da kann man ja auch einen Haufen Arbeitsplätze schaffen, also die Studie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Spurwechsel, hat da ja auch Zahlen aufgelistet. Was sozusagen wäre da aus eurer Sicht der Punkt, wo ihr sagt, okay, also da könnten wir uns als Beschäftigte in der Autoindustrie dann, ja, auch stärker mit der Klimabewegung zusammentun. Vielleicht kannst du dann dazu auch nochmal was sagen. Okay, ansonsten würde ich jetzt gerne wieder zurückgeben an das Panel und dass ihr nochmal reagieren könnt auf die einzelnen Beiträge. Achim, bitte. Er ist nicht oder soll Pierre jetzt direkt an. Okay, ja, ich wollte kurz auf die Frage von Anne eingehen, was wird von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen eigentlich erwartet. Ich nehme mal das Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, TVN-Tarifrunde Nahverkehr 2020. Das war, da war die Beteiligung von jungen Menschen aus Fridays for Future sowas wie ein qualitativer Sprung. Zum ersten Mal sind Leute, die sich speziell für Klimafragen interessieren, sozusagen, haben sich verbunden mit sozialen Bewegungen, in diesem Fall Gewerkschaften. Es ging darum, sozusagen, eben Autoverkehr zurückzudrängen und den Nahverkehr zu stärken, indem man die Beschäftigten stärkt. Das ist jetzt in verschiedenen Publikationen auch sozusagen ein bisschen beschrieben worden als ein Social Turn der Klimabewegung und demgegenüber müsste stehen der Climate Turn der Gewerkschaften. Und da komme ich jetzt auf Pierre zu sprechen. Pierre, du hast gesagt, wir müssen zur Kenntnis nehmen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, wie die Gesellschaft sich verändert. Das ist mir einfach zu defensiv und im Endeffekt läuft ihr damit der Autoindustrie hinterher, weil sozusagen diese autogerechte Gesellschaft wird immer noch sozusagen ideologisch definiert, dominiert durch Autolobby, die dafür sorgt, dass immer mehr sozusagen dieser Autoverkehr immer mehr aufrechterhalten wird. Und ich halte deine Rechnung, die du aufgemacht hast, auch nicht für nachhaltig, weil diese ganze Frage, die eben auch angesprochen worden ist, welcher Platz nimmt den Autoverkehr ein, was muss denn immer wieder neu gemacht werden. Da müssen neue Autobahnen, Fernstraßen gebaut werden, müssen alle repariert werden und so. Das kostet enormen Mengen Geld, irgendwie ganz abgesehen von dem Rohstoffverbrauch, auch von seltenen Erden, Metallen für das Auto der Zukunft, E-Auto mit viel mehr Software und so weiter. Also das ist ein, die E-Mobilität, sozusagen fossile Mobilität durch E-Mobilität zu ersetzen, also Autoverkehr ist meiner Meinung nach ein Irrweg und ich will dich daran erinnern, ihr habt, also die IG Metall, auch meine Gewerkschaft, wir haben als eine gemeinsame Erklärung rausgegeben mit BUND und NABU, wo ziemlich genau, deutlich auch klar gemacht wurde, sozusagen wir brauchen eine Mobilitätswende, wir brauchen was Nachhaltiges, das muss sozial-ökologisch sein. Wenn ich mir unsere Mitgliederzeitung in Metall aufschlage, da sehe ich immer nur sozusagen die Hochglanzberichte über die Erfolge des E-Autos, das passt nicht zusammen. So, Dankeschön. Ja, ich möchte zu drei Punkten was sagen. Es wurde die Lage in den Kommunen angesprochen, der Aspekt Mobilitätsvermeidung und ja, die Frage, was sollen soziale Bewegungen machen. Für mich ist es so, dass eigentlich, also zum Stichwort Mobilitätsvermeidung, die Bedürfnisse von Menschen so vielfältig sie sind, aber es gibt schon sehr viele Basics, die sehr gleich sind und ich glaube, darüber reden wir auch viel heute. Ich hatte vorhin in meinem Eingangsbeitrag auch genannt, gute Luft, das interessiert uns alle, Stressreduzierung und ich will dann bei diesem Stichwort Mobilitätsvermeidung darauf verweisen, dass viele Mobilität doch bei uns erzwungen ist, durch Arbeitswege, durch nicht mehr vorhandene Geschäftsstrukturen, wo man dann eben weiterfahren muss und sehr stressig unterwegs ist und deswegen auch Begegnungsräume fehlen und Zeit fehlt. Also insofern meine ich schon, dass wir uns sehr um in diesem Sinne um Mobilitätsvermeidung kümmern müssen. Das heißt nicht, dass nicht Reisen auch zukünftig möglich sind, aber ich glaube, sie sind vielfach gar nicht, also diese übersteigerte Mobilität ist vielfach gar nicht gewollt. Es ist die Lage in den Kommunen angesprochen worden. Ich finde, das ist sehr wichtig, in den Kommunen diese Bedürfnisse, diese gemeinschaftlichen Bedürfnisse zu erkennen und schlechte und übersteigerte Mobilität hinaus zu drängen. Also weniger Automobilität, mehr Fußgängerfahrrad, Regionalverkehr wurde angesprochen und das setzt auch was in Bewegung. Ein Beispiel ist die Changing Cities, diese Bewegung ist sehr erfolgreich, die zeigt, dass da gemeinsame Bedürfnisse sind und also an vielen Stellen von der Seite her von Bürgern angesetzt wird, um in ihrem Leben Sichtbarkeit zu machen. Und so sehe ich das auch mit sozialen Bewegungen. Ich finde das toll, dieses Stichwort Social Turn von der Klimabewegung und Climate Turn von der Gewerkschaftsbewegung. Es geht ja darum, gemeinsame Bedürfnisse zu erkennen und Möglichkeiten zu sehen und dann einzufordern. Danke. Ich möchte auch auf ein paar Fragen antworten, aus der Sicht der Gewerkschaften. Wir haben immer wieder versucht, die Waffen unserer Gewerkschaften zu nutzen. Wir haben gestreikt für unsere Arbeitsbedingungen, für unser Einkommen, für Anstellungen, aber auch hinsichtlich der Strukturen der Unternehmen und der Bahnstrecken. Der letzte Streik war 2018. Dabei ging es um die Struktur der Eisenbahnstrecken in Frankreich. Das war etwas rein Französisches. Aber ich habe es bereits gesagt, seit 2011 gibt es europäische Richtlinien, Eisenbahnpakete. Seitdem gab es verschiedene Demonstrationen, auch auf europäischer Ebene. Europäische Streike von europäischen Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern. Und dabei ging es um den Bau von Eisenbahnstrecken. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner wollten zusammenarbeiten und eine gemeinsame Bahnstrecke haben und keine Konkurrenz zwischen den Eisenbahnunternehmen. Die reichsten Länder nutzen hier ärmere Länder aus. Frankreich, etwa Spanien und Italien. Deutschland macht das auch. Und das können wir nicht akzeptieren. Die französische Regierung bedrohte erst kürzlich die Hälfte des ganzen Netzwerkes. Die Hälfte des Bahnnetzwerkes soll geschlossen werden. Und dabei geht es nicht um TGWs, sondern insbesondere um Regionalbahnen. Wir sind hier also in dieser Kapitalismuslogik. Die Verluste werden vergesellschaftet. Die Profite sind privat. Wir müssen mehr auf die Bedürfnisse achten. In Frankreich etwa. In Frankreich sehen wir, dass in 25 Jahren mehr und mehr Personen im Bereich des Bahnverkehrs arbeiten, aber eher für Zulieferer und zwar mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen und schlechtem Einkommen. So können sie nicht anständig leben. Das sind Menschen, die weit fahren müssen, um zur Arbeit zu kommen, weil sie es sich nicht leisten können, neben ihrem Arbeitsort zu leben. Streike sind wichtige Werkzeuge, Demonstrationen. Wir können für mehr Bewusstsein sorgen, wie die Situation für Menschen im Eisenbahnsektor ist. In Belgien zum Beispiel wissen wir ganz genau, dass es da Probleme gibt. Es gibt eine hügelige Hälfte von Belgien und eine sehr flache Hälfte von Belgien und die Möglichkeiten, dort Eisenbahnstrecken zu bauen, sind sehr unterschiedlich. Und in der hügeligen Gegend soll einfach nichts gebaut werden, weil es teurer ist. Das ist die Realität in Europa. Meine Kollegen sind manchmal 18 Jahre alt, 19 Jahre alt. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie auch verstehen, um was es geht. Wir müssen ihnen erklären, wie man streikt, wie man einen Monatslohn spart, um sich im nächsten Monat mobilisieren zu können. All das versuchen wir tagtäglich zu schaffen, indem wir uns an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer richten. Ein Punkt vorneweg von dem Kollegen, der in der Stadtplanung tätig war, genau. Unter der Voraussetzung, dass der Strom über erneuerbare Energien produziert wird, sind batterieelektrische Fahrzeuge, was die CO2-Bilanz anbelangt, besser als Verbrenner. Also an der Stelle diskutiere ich auch nicht mehr, weil da gibt es genügend Studien, die das belegen. Oder der Voraussetzung, dass es erneuerbare Energien sind. Keine Frage. Sonst hat das keinen Sinn. Vielleicht das dazu. Die Antipfungspunkte an die sozialen Bewegungen. Die letzte große Demo, an der ich beteiligt war, mit vielen anderen sozialen Bewegungen, richtig groß im Sinne von, ich glaube es waren 500.000, war die TTIP-Demo 2015 in Berlin. Also was das Thema anbelangt, sind Gewerkschaften und soziale Bewegungen gut zusammengekommen. Und ich glaube, bei dem Thema, wenn es darum geht, um Gesundheitsschutz, Umweltschutz, dürfte es da auch in Zukunft Anknüpfungspunkte geben. Wenn es um das Thema geht, Verteilung, Umverteilung. Also wir fördern Vermögenssteuern zum Beispiel, ist eine Form der Umverteilung. Auch überhaupt keine Frage. Wenn es um das Thema Wirtschaftsdemokratie geht, also was wird wo, wann, wie produziert. Und auch an der Stelle, glaube ich, sind wir uns einig, dass es da deutlich mehr Mitbestimmung der Gesellschaft braucht, als es das bisher der Fall ist, dass es nicht nur das Unternehmen macht. Also ich glaube, es gibt genügend Anknüpfungspunkte für soziale Bewegungen, sei es national, regional oder eben auch europäisch oder international. Wir sind als Gewerkschaften entsprechend vernetzt und organisiert. Und ich glaube, auf jeder Ebene gibt es da einen entsprechenden Austausch von den sozialen Bewegungen, die da ähnlich organisiert sind. Oder es kann zumindest dieser Austausch dann stattfinden. Irgendeine Seite muss halt dann auf die andere zugehen, falls es noch nicht so ist. Aber da sehe ich auch keine Schwierigkeiten bei der Fülle an Themen, die uns, glaube ich, gemeinsam bewegen. Wo wir Unterscheidungen haben, ist tatsächlich, von dem Hier und Jetzt auf das Morgen und in welcher Geschwindigkeit und mit welchen konkreten Themen wir da vorgehen. Das stimmt, aber das sollte uns nicht daran hindern, bei den Stellen, wo wir genügend Gemeinsamkeiten haben, genügend Stichmengegang auch gemeinsam zu agieren. Völlig offen. Kerosinsteuer wurde vorher kurz angesprochen, zumindest habe ich es so verstanden. Ja, selbstverständlich, warum denn nicht? Also auch keine Frage. Das vielleicht dazu. Der eine Punkt, der hat mich erst etwas überrascht. Mercedes, ich vermute mal, bei den batterieelektrischen Fahrzeugen kann man die Motorhaube nicht mehr öffnen, aufgrund von Gefahren über den Starkstrom. Kann ich jetzt nicht einschätzen, weiß nicht. Ich habe nicht so ein Fahrzeug. Aber, sagen wir mal so, wenn es so ist, muss ich jetzt zur Kenntnis nehmen. Was ich allerdings nicht glaube, ist, dass diese Fahrzeuge zukünftig ausschließlich bei Mercedes repariert werden können. Also da muss es Möglichkeiten geben, dass auch freie Werkstätten da Zugriff haben. Zumindest war es in der Vergangenheit auch schon eine Auseinandersetzung. Die wurde dann zugunsten der freien Werkstätten entschieden vielleicht dazu. Warum man alte Autos nicht in Größenordnung umbaut auf batterieelektrische Antriebsstränge beziehungsweise batterieelektrischen Antrieb, noch scheint der Markt nicht groß genug für die Hersteller zu sein, dass sich das für sie lohnt. Und vielleicht so viel dazu, wo es gemacht wird. Warum denn nicht? Selbstverständlich. Letzte Frage von Manuela. Was müsste das Management tun oder beziehungsweise wie müssten die sich verhalten, dass wir glauben, dass sie da die richtige Entscheidung treffen? Das Management trifft die Entscheidung, die dazu führt, dass die Anteilseigner mit von ihrem Geld mehr Geld machen. Punkt. Und das macht sie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Manchmal auch nicht. Und da ist es gut so, wenn man sie dabei erwischt. Also da habe ich relativ wenig Vertrauen, muss ich an der Stelle sagen. Vertrauen habe ich dann, wenn es bei dem Stimmrechtsanteil, beispielsweise bei dem Aufsichtsrat, wenn da echte Parität herrscht. Im Moment ist es noch so, dass selbst bei der sogenannten paritätischen Mitbestimmung der Aufsichtsratsvorsitzende im Zweifel das Doppelstimmrecht ziehen kann. Bei Continental zuletzt geschehen. Das hat für viel Aufruhr gesorgt. Aber auch da können wir klar machen, dass das nicht die Ebene ist, auf der man zusammenarbeitet. Also sprich, es braucht echte Mitbestimmung. Aus unserer Sicht natürlich in aller Ersten Linie Arbeitnehmer und Arbeitgeber dann. Aber was spricht denn dagegen? Schließlich haben die Industrien und die sich daraus entstehenden Folgen auch Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Langsamer. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Vielen Dank für den Hinweis. Ich bitte um Entschuldigung, falls ich nicht rechts früher reagiert habe, falls Signale gekommen sind. Langsamer. Ich fasse nochmal zusammen in zwei Worten. Es gibt genügend Überschneidungspunkte für soziale Bewegungen und da sollten wir auch weiter dran arbeiten, dass das mehr werden oder dass sie besser ausgebaut werden. Und da sind Gewerkschaften gute Ansprechpartner als deutliches Signal. Ich habe kein Vertrauen ins Management. Ich habe auch Vertrauen darauf, dass wir auf demokratischem Wege da in Zukunft auch einen deutlichen Fortschritt machen, wenn es darum geht, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Unter welchen Bedingungen? Das glaube ich schon, aber da verlasse ich mich nicht auf die Arbeitgeberseite, um das klar zu sagen, sondern da verlasse ich mich auf die Gesellschaft als solche. Punkt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch allen für eure Interventionen, um jetzt mal den letzten Punkt von Pierre aufzugreifen. Also genau, also sozusagen aus dem Unternehmen kommt da nicht viel. Das Management nimmt die Hände raus und guckt halt auf den Shareholder Value. Genau. Du hast es gesagt, wir brauchen gesetzliche Vorgaben. Das ist ja heute auch sozusagen unter dem Stichwort Regulierung gefallen. Braucht echte Mitbestimmung? Ja, weil die Beschäftigten in der Autoindustrie haben ja auch Kinder und Enkelkinder und sind ja auch selbst, sind ja nicht nur den ganzen Tag im Werk beschäftigt, sondern leben ja auch, leiden auch unter schlechter Luftqualität, sind selber gestresst, wenn sie zur Arbeit fahren müssen. Mit dem Auto würden vielleicht auch gerne lieber einen Bus nehmen, wenn es doch einen gäbe im ländlichen Raum. Also da sind schon Anknüpfungspunkte, das nehme ich jetzt aus der Diskussion mit. Ich nehme aus der Diskussion auch mit, wie stark das Bedürfnis, also wie stark die Nachfrage eigentlich da ist nach einem vernünftig ausgebauten öffentlichen Verkehr in öffentlicher Hand, vor allen Dingen halt auch im Regionalverkehr, also sozusagen gar nicht die großen jetzt, die großen Schnellzüge, die auch wichtig sind, um Kurzstreckenflüge zu ersetzen, aber vor allen Dingen innerhalb der Ausbau in der Fläche. Das ist da. Jetzt ist die Frage, wie erreichen wir das? Wir haben versucht, das hier so ein bisschen auch in der strategischen Diskussion anzustoßen. Man sieht aber eben auch an dem Beitrag von Pierre, wie groß die Herausforderungen sind. Ich meine, jetzt mit der Lebenshaltungskosten-Krise, was da jetzt auf alle Menschen zurollt, betrifft natürlich auch die Beschäftigten in der Autoindustrie. Und klar, dann kommen wir sozusagen mit der Forderung nach einem Strukturwandel und nach einer solidarischen Mobilitätswende. Das kommt dann sozusagen noch oben drauf und macht die Diskussion schwieriger. Natürlich, das muss man zur Kenntnis nehmen. Natürlich macht es die... Okay. Okay, Entschuldigung. Jetzt kann ich auch mal zwei Minuten was sagen. Vielleicht können wir dann im Nachgang noch mal bilateral diskutieren. Was müssen wir also tun? Ich glaube, das ist das, was ich mitnehme, wir müssen die Alternativen stark machen. Wir müssen klar machen, wir können Arbeitsplätze schaffen in der Mobilitätsindustrie. Wir müssen das 9-Euro-Ticket verlängern. Da gibt es übrigens einen Aktionstag am 27. August. Wir müssen das verlängern. Warum? Weil das so ein schönes, ganz konkret erlebbares Beispiel ist von Veränderungen, von ganz schnell stattfindender Verbesserungen in den Lebensbedingungen der Menschen. Ja, wir müssen auch über Stadtplanung reden. Wir müssen auch über erzwungene Mobilität reden, die zu vermeiden ist. Und ja, also letzten Endes geht es halt auch um mehr Demokratie, einmal in den Betrieben, aber dann halt auch in den Regionen, auch was Emanuel beschrieben hat unter Einbeziehung der Nutzerinnen des Eisenbahnverkehrs. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen für die spannende Diskussion und hoffe, dass ihr Anregungen mitgenommen habt. Ich habe ganz viel mitgenommen und ja, freue mich, wenn wir weiter im Dialog bleiben. Dankeschön. Applaus und ich bedanke mich. Applaus und ich bedanke mich. und ich bedanke mich. Ich bedanke mich. ich bedanke mich. Untertitelung des ZDF, 2020